Hallo Itaco, no sad, Itaco, I'm so sorry, wann spielst du das Spiel? So Moment, ich muss nach einem Menschen suchen. Hey, ich erkenne Bigs schon. Bigs ist bei Mama. Hallo Faulgott. Hallo Mariko. Hallo Sakura. Hallo Luis. Hallo Anne. Hallo Happens. Hallo Katetsu. Ah, du bist bei Kapitel 1. Okay, du spielst es wenigstens. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann tschüssi. That's not Bigs. Ich wusste nicht, dass man Zack noch spielen kann. Das ist jetzt nicht so toll. Ganze sechs Sachen sind eh komisch. Wenn sie weglassen können. Hey, take one of us next. Wer will denn Story? Wieso ist nirgendwo... Okay, warte, ich soll mir diese Menschen in die Augen gucken. Bist du es? Nein, bist du es? Nein, bist du es? Nein, du bist es nicht. Du bist es. Du bist es nicht. Du bist ziemlich groß. Zack? Magst du große, schwarzhaarige Männer, die ein großes Schwert tragen können? Äh, ne. Nein, Avalanche sind die guten Leute. Glaube ich jetzt in die falsche Richtung? Natürlich. Hallo Cynthia. Hallo Verox. Mit Schwerten muss es nicht sein, aber große Männer sind toll. Das war die Kirche, richtig? Ist das wahr, dass es ein Rheilung gab? Die Kirche. Also im Endeffekt, ich laufe einfach nur rum, bis die Kirche explodiert. Ich dachte, ich muss einen Mix finden. So cool Menschen in die Augen schauen. Cynthia, gute Besserung. Wenn du im Krankenhaus bist. Du bist riesig mit 1,70. Da ist er. Bix ist nicht 1,70. Bix ist... ein gestandener Mann. Mindestens 1,72. Ich weine immer noch meiner Serie hinterher. Worth the Wait? Und das war's? Ich gehe zwei Minuten rum, um Bix zu finden und das war's? Gott, dieser Sackteil ist echt... Ich mag das nicht. Am Ende wird es so unnötig sein, dass diese ganze Sack-Geschichte da ist. Und nur Verwirrung stiften. Hallo, Snogs. Die Katze spricht, die Katze spricht sogar Schottisch. Also mit einem schottischen Akzent. So, ich hab äh, vorhin... Mist. Ich hab vorhin gemerkt, ich hab all die Sachen, für die ich 20 Euro mehr ausgegeben habe, noch gar nicht... mir abgeholt. Mir abgeholt. Was ist dein Lieblings-Fan-Fansi-Teil? Äh, 8 war mein erster Teil, deswegen... Hatte er einen speziellen Platz in meinem Herzen? Warum, warum ist Yuffie so fertig? Ich mag die Stimme von dem schwarzen Mann. Mariko Schwarzer sagt man nicht. Immer nur als Adjektiv. Nice war meiner Tats... Oh, nice? So, Moment. Ich will hier zuhören. Ach, ihr Schlechtes wegen. Hallo, Lasse. Was ist denn mit Yuffie los? Nein! Feeling any better? Ugh, leave me. Hmm. Where to now? We don't have any leads. And driving in circles, hoping to spot a black robe is... The worst idea ever! When you don't know where life's leading... You should get yourself a reading! Wie holt er sein Spielzeug raus? Mjö, 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 mjö. Um, mushrooms, eh? Mushrooms. Wait! Barrett, you mentioned something earlier about the Corel Reactor, did you not? You saw a weapon there, right? Yeah, but I don't recall telling you. Well, it might interest you to know that just a wee drive from here, there's another rundown reactor. Reactor? It's here I have. Okay, I'm good. Everybody back in the car. Let's go, go, go! Stimmt, Yuffis Arm ist Igamaru. Äh, wie heißt Igamarus letzte Entwicklung? Aber Yuffi sollte es vorher gegeben haben. Shall we? Why not? Oh, Cloud, mind you taking the wheel? All right, blow it south through the sand till we start seeing green. We'll be pulling up outside that reactor before you can see Mako. Mako. Also, er wird kein fester, ne? Ich glaube, Sid und er werden keine festen Bestandteile. Vielleicht im dritten Teil dann. Die bleiben so, halt so Gast-Gäste, glaube ich. Was schade ist. Hm, okay. Hallo Draroth, hallo Asrael, hallo JJ, hallo J-Gamer. Hallo, hallo, hallo. Kann ich jetzt nachschauen? Ey, ich habe die nicht abge- ich spiele seit 24 Stunden und habe meine Bonus-Inhalte nicht abgeholt. Oh mein Gott. Einfach zwei Beschwörungen. Eigentlich hat er, äh, erhöht die Anzahl gefundener Materialien. Ey, und jetzt spielen wir Mass Effect. Ist das so Dinger wie der Phoenix? Ja. Wo müssen wir hin? Was soll ich jetzt hier? Ist das immer noch die gleiche? Das ist immer noch die gleiche, krass. Hier ist der Strand. Dann sind wir hier lang. Und dann sind wir da hoch in seine Stadt. Und dann war hier die Gondel. Und dann waren wir im Golden Saucer. Wollen wir sogar zurück können. Aber wir sind immer noch im gleichen Gebiet einfach. Krass. Okay, das heißt, ich kann hier jetzt immer noch Alexander freischalten. Probieren wir es. Muss ich- kann ich das Auto rufen oder muss ich aussteigen? Pferdige Gegner werden schwerer durch. Ich mag die nicht. Du hattest deine Chance. Was habt ihr alle am Samstag gemacht? Samstag ist ein wichtiger Tag. Der schönste Tag des Wochenendes. Sag nicht, ihr habt ihn verschwendet. Was? 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 Oh, die anderen können auch ein paar Sachen machen. Eier gebrütet. Was für Eier hast du gebrütet? Äh, warum kann ich ihn nirgendwo hoch? Muss ich von da rüber bringen? Ja. Ich sollte dir nicht sagen, dass ich vier Eier gebraucht habe für Fion, nachdem ich Fion schon mal bekommen habe. Nur um kurz anzugeben. Aber ganz viel Erfolg. Das kommt bestimmt bald. Heute war Lind bei uns im Laden und wollte einen Aufsteller in den Laden einbringen, wo ich mich drum kümmern durfte. Dürfen wir auch immer viel von denen mitnehmen, was natürlich auch cool ist. Du meinst, du kannst die Aufsteller mitnehmen? Was tatsächlich cool ist. Aber du meinst wahrscheinlich die Schokolade selber. Ich vermisse das Rundenbasierte von FF. Äh, du kannst es Rundenbasiert spielen, wenn du willst. Du kannst die Steuerung auf Klasse stellen, dann kannst du sie nicht steuern. Also dann kannst du die Charaktere nicht bewegen im Kampf. Und dann steuerst du alles, indem du einfach X-Tricks, Attacke auswählst. Ja, ich kann das auch machen. Ich kann einfach den linken Stick loslassen beim Kämpfen. Rundenbasiert wäre cool. Also es ist nicht Rundenbasiert im Sinne... Also natürlich ist es... Ihr werdet trotzdem nicht zufrieden sein. Aber streng genommen ist alles Rundenbasiert, weil... Der Boss natürlich auch in bestimmten Abständen angreift. Aber es ist schon Echtzeit. Das Echtzeit kriegst du nicht weg. Ich zeig euch gleich, was ich meine. Buggy rufen. Okay, das geht. Gut. Ich will aber nicht Buggy fahren. Ich find das komisch. Erst paar Kunde. Okay, rufe. Fahren wir Buggy. Wie ruft man denn Buggy? Okay. Nicht so wie in 8 bis 10. Nee, weil es ist halt auch die heutige... Allgemeinheit mag das halt nicht. Und ich zum Beispiel auch nicht. Ich würde... Wenn ich das will, dann spiel ich halt... Alte Spiele oder die das halt heute noch machen. Gibt ja genug Spiele, die das immer noch machen. Aber ich hab mir da... Ich hab da das Gefühl so... Ich hab dafür keine Zeit. Doch keine Zeit zu warten, bis ich endlich angreifen kann. Lass mich doch einfach angreifen. Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Gutes Argument. Naja. Okay, ich glaub ich bin falsch. Komm wieder hoch. Ich hab mich sechs Stunden in eine Notaufnahme begeben. Du hast sechs Stunden gebraucht, bis du da warst? Oder du meinst, du bist seit sechs Stunden dort? Ah, Moment. Ich kann das hier kaputt machen. Geht das? Kann ich da drüber fahren? Ah, nice. Haben sie an was gedacht? Wirklich? Sag nicht, der kann einfach hochspringen. Der kommt doch nicht hoch. Das geht nicht. Das geht nicht. Toll. Dankeschön Alexander. Für null Informationen, wie ich da hochkomme. Ah, da komm ich hoch. Äh... Wo, 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 wo? Gibt's den Licht? Das Schwingen ist doch eine Sache, die hätten sie weglassen können, finde ich. Das ist so ein Ding so, oh ja, in Uncharted konnte man schwingen, also lasst uns das auch machen. Aber es ist so rudimentär und eigentlich ist es nur ein Quicktime Event. Okay, was haben wir hier für ne... Das wird jetzt langsam wahrscheinlich schwer. Äh... Das Viereck... Viereck-Kreis-Kreis-Kreis. Viereck-Kreis-Kreis. Viereck-Kreis-Kreis. Ohesch... Gnädig. Das Spiel ist gnädig. Ja, ich glaub das war das zweite. Einen brauchen wir noch. Alexander-Schrein-Beta. Das war perfekt. Das ist so ein Zelda-Ding? Was ist so ein Zelda-Ding? Schwingen? Ne, Ente-Haken ist ein Zelda-Ding. Ente-Haken fände ich besser. Das ist nur dieses komische... Das ist sinnlos. Ich komme vor allem nicht hier runter. Das ist das Ding. Du hast keine Freiheit dabei. Du kannst nur dahin gehen, wo tatsächlich der Button ist. Ich kann mich nicht jetzt einfach neben dem Buggy runterlassen. Ich muss dahin. Das ist einfach ein Quicktime-Event. Okay, okay, okay. Next. Haben wir noch eins? Dann müssen wir erst einen Turm finden. Wir brauchen einen Turm. Gehen wir zu diesem Turm. It's Buggy-Time! Ansonsten, ich war ja noch gar nicht fertig. Äh, 8 ist mein Nostalgie-Ding. 8 ist so mein erstes. Deswegen liebe ich das. Aber ich finde, ich hatte bisher mit 15 am meisten Spaß. 16 habe ich noch nicht gespielt. Vielleicht wird 16 mein 15 überbieten. Weil die Demo von 16 fand ich abnormal geil. Aber ja, ich mochte 15. Ich mochte die Freiheit. Ich mochte die Stories. Ich mochte die Charaktere. Ich mochte, wie es erzählt wurde. Ich glaube nicht, dass Remake und das hier... Also, das Remake und das hier werden es nicht sein. Die besten für mich. Einfach weil... Keine Ahnung. Das Remake ist zu... Roter Faden. Und das hier ist zu... Minigame. Wie kommen wir da hin? Hallo, Vycune. Hi. 3 und 4 sind meine Nostalgie-Dinger. Und sind auch für mich die bisher Besten. 3 und 4. So richtig oldschool. Wo ist der Turm? Soll ich den nicht schon sehen? Ach, der ist hinter mir. Da oben? Kann das Ding schwimmen? Quasi. 4 Jungs mit dem Auto unterwegs. Ja, das war cool. Ich mochte es. Ich meine... Man muss sagen... Square Enix hätte ein bisschen am Anfang... Das geiler machen können. Dass man nicht irgendwie erstmal eine Stunde ein Auto schieben muss. Das haben viele Leute gememt und sich drüber lustig gemacht. Dass man in 15 am Anfang erstmal ein Auto schiebt. Mich hat es nicht gestört. Ich fand es irgendwie cool, dass du die Charaktere erstmal kennengelernt hast. Alter, übertreib. Angriff. Habe ich dich schon? Ja. Ich kann verstehen, dass Leute es nicht mochten. Gleicher Grund, warum Leute Death Stranding nicht mochten. Weil da schiebst du nicht eine Stunde ein Auto vor dich hin. Sondern da machst du das 20 Stunden lang, bevor das Spiel losgeht. Ich war so weit weg. Ich war so weit weg. Kannst du Eis? Nein. Kannst du einen Eistritt? Eisimpuls. Erieto. Erisu. Du 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 du.. Warum lebt, warum lebt Cloud? Warum lebt Cloud? Cloud war tot. Habe ich irgendwo, ich habe Automagie. Ne, das kann nicht sein. Ich habe kein Auto Phoenix. Warum, warum ist Cloud? Egal. Ich will noch nichts verschwenden. Waikion, was geht? Hast du das Spiel schon ausgecheckt? Bestimmt. Du spielst doch alles. Komm, gib mir Alexander. Ich mache das nur, um Alexander zu kriegen. Du hast mir den Solmecke geschrieben heute? Warum? Weil Lindt da war? Was, was, was? Also ich habe das verpasst. Warte, da sind noch Thronen. Und dann müssen wir zu einer Bank auf ein Kissen uns legen. Alles super. Leider noch nicht. Bin eher noch bei den Lies of Pi dabei. Der Pinocchio. Ich glaube, Lies of Pi würde ich eigentlich auch spielen. Aber inzwischen habe ich so wenig Zeit, Spiele zu spielen, dass ich mir wirklich nur noch die aussuche, die ich unbedingt spielen muss. Wie das hier. Vogel, zeig. Los, Lessie. Was? Ein kleines Kind ist in den Brunnen gefallen. Sie nannten ihn Flipper. Jetzt per Präzision. Vom anderen Stern. Pass auf. Boom. Boom. Pro Gaming. Nee, nee, ging um die Anliegen von mir. Der hat damals mal auf eine Story von mir reagiert. Da dachte ich mal, ich schreibe ihm deswegen mal an, auch wenn es nicht sein Themengebiet ist. Aber er hat einfach fünf Minuten später zurückgeschrieben, was mich gewundert hat. Krass. Das wäre ja schon wieder so ein Fall, wo ich... Was mir ja zu peinlich wäre. Bei solchen Leuten denke ich mir immer, ich störe die. Damals wäre der ja super für einen Podcast gewesen und sowas. Bananenritter, dankeschön für deinen Prime. Zwei Monate, drei Monate Prime, dankeschön. Haben wir den Alex? Wo ist der Alex? Hier ist Alex. Geil. Was war es denn, glaube ich? Dann können wir Alex holen. Gibt es hier eine Bank? Sehe ich eine Bank? Die Bank muss ich, glaube ich, finden. Verdrückst du dich bei mir immer? Äh. Wo, wo was? Spiel. Ah, nee, danke. Wir sind ein gefährliches Territory, das? Nee, nee, nee. Ich habe es aktuell echt wenig Twitch, aber den monatlichen Prime muss man vergeben. Klar, sonst schenkst du Twitch und Amazon vor allem Geld. Man braucht einem der reichsten Companies der Welt. Nicht Twitch, aber Amazon. Kein Geld schenken. Dankeschön, dass ich dein Auserwählter bin. The Chosen One. Ich laufe so irgendwo hin. Okay, nehme ich das Ding noch mit. Können wir da runterspringen? Nein? Bitte lass mich da runterspringen. Hallo, wir haben Cloud Planeten zerstören sehen. Du wirst aber da runterspringen. Okay. Los, Lassie. Na rein. Hallo, Angel. Sein Büro ist halt auch in Köln, also ich weiß noch, ob er das weiß, dass ich auch hier wohne. Jetzt wird's creepy. Ich nutze aktuell echt wenig Twitch. Ach, sorry. Du kannst hier nicht weiterschwimmen. Muss ich den Buggy benutzen? Okay. Cringe. Hallo, Demon King. Ich mochte dieses Boyband einfach, diese Boyband-Stimmung. Als erstes dachte ich wirklich, oh nein, das wird voll der Boyband-Kack, so. Backstreet Boys sind unterwegs und Final Fantasy 15. Aber dann war's irgendwie voll cool. Das war nämlich überhaupt nicht oberflächlich. Sehr sauschnell und ich glaube, das war dank dieser Szene am Anfang, wo sie das Auto erstmal schieben müssen und dann Backflash und Flashback, Backflash. Ich flash mein Back auch immer gern. Ähm, dass so diese Beziehung zwischen den vier Boys tatsächlich meaningful dann auf einmal war und nicht so oberflächlich wie irgendeine Boyband und tatsächlich dann die Geschichte, also dann gehst du immer Abendessen, Ignis macht Essen und dann macht jemand Security Cam, Happens, fuck you. Flash dein Back, okay. Machen sie Essen zusammen und dann kannst du dich nebeneinsetzen und dann kriegst du langsam mit, warum ihr Freunde seid und so. Das war cool. Wow! Oh Gott, Gott. Okay, hier ist immer noch der Alex. Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Ah, bin gar nicht weit weg. Ähm. Angel, danke schön für 90. Max 15 auch sehr, aber 90 aneinandergereihte Streams. Jetzt kommt Happens gleich so, aber ich wäre schon bei mehr, verdammte Kacke, wenn der Typ nicht einfach unangesagt streamen würde. Was tut er mir an? 90. Und dann kommt Team King mit 7. Ach komm, du traust dich, das traust du dich jetzt zu posten, die 7? Nachdem, nachdem einfach Angel mit 90 kommt, ein halbes, ist 90 ein halbes Jahr? Ne, ist in drei Monate. Warte mal. Äh, ich dachte, das wäre eine Bushaltestelle. Okay. Du warst bei 95. Du warst bei 95. Irgendwo, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich würde auch schon auf die 7 zu gehen. Würde. Wenn ihr so loyal wäret wie Angel. Da ist eine Chimäre, ist das ein Ding? Da ist eine Truhe dahinter. Die bemerkt mich nie. Nein, da ist ein kleiner Fisch. Die bemerkt mich echt nicht. Materia, O-Ring, Frost. Ah, da kann ich wahrscheinlich mit Frost machen. Frost schon. Dann komm doch nicht online und spiel Zelda, wenn ich schlafe. Ey, wie O2 einmal zu mir sagte, nachdem ich dreimal Urlaub genommen habe, um einen Techniker reinzulassen, der dreimal nicht kam, so wie O2 damals schon mir sagte, man muss halt manchmal Opfer bringen. Das Gen 4 Video war richtig gut. Bist du schon an Gen 5 dran? Das ganze Projekt ist ja eine Heidenarbeit. Wir sind am Montag. Beginnen wir hier live um 16 Uhr mit Gen 5. Ich glaube, ich werde auf YouTube und Twitch gleichzeitig streamen. Aber auf YouTube glaube ich, deaktiviere ich den Chat. Das ist einfach nur so quasi Werbung ist, dass Leute hierher kommen. Mal gucken. Dass die Karte irgendwo hinspringt, wo gerade... Okay, wo bin ich jetzt? Da. Ich werde... Ich meine, da ist immer noch eine Truhe. Das kann ich nicht auf mir liegen lassen. Sitzen lassen? Stehen lassen? Hallo, Domi. Ich will mit Arschkommentaren reden. Ich kann ihn auch anmachen. Das heißt, die Truhe, er verschwindet erst, wenn ich alle Truhen gefunden habe in dem Bereich. Kann ich aufs Dach? Oder muss ich vielleicht die Kamere besiegen? abgeschlafen? Abgeschlossen. Ach, da oben steht sie ja. Drei von drei. So viel Interface und ich gucke es nicht an. Alte Haltestelle. Moment mal, da ist eine Haltestelle? Ne, das ist eine alte Haltestelle. Warum kann ich dann da nicht schlafen? Ich schätze mal, ich kann da hoch. Und, wie geht's? Ganz gut. Möchte ich? Danke, Schwapp mal. Dankeschön. Dass du das Gen 4 Video gut findest. Dankeschön. Viel zu viel Arbeit war das. Aber für Gen 5, glaube ich, werde ich mir nicht so viel Arbeit machen müssen. Leite mich, Alexander. Es gibt wenige, die Alexander als beste Bestie hier bezeichnen würden. Lass mal hin. Darüber. 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 Rein. Ich glaube, Gen 4 ist die Gen mit den meisten Legis. Ich wollte ursprünglich im Video sagen, die Gen mit den meisten Legis und dann habe ich mal nachgezählt. Stimmt gar nicht. Also, vielleicht ist es die Gen mit den meisten, aber nur um eins oder so. Gen 3 hat genauso viele Legis, und Gen 4 hat einfach nur eins mehr. Also, es ist noch nicht mal so. Man vergisst, dass Gen 3 hat auch Regirock, Registeel, Regi Ice und sowas. Es ist wirklich nicht kaum Unterschied. Es kommt einem nur so vor. Aber wegen ein, zwei mehr muss man nicht sagen. Oh mein Gott, es sind so viele. Ah Gott, Kreis X, Kreis, Kreis X, Kreis. Okay. Da ist er. Jetzt können wir ihn uns holen. Ich habe heute gezählt. Gen 5 hat 170 Formen, Pokémon 5. 170 muss ich fangen. Kann Chatley mal die Klappe halten. Komm, er sagt nichts. Jetzt hat er echt die Klappe gehalten. Jetzt soll ich sagen, er soll die Klappe halten und guckt er mich so an und sagt nichts. So, soll ich noch weitermachen? Esbergristall, Lebensquelle, Protosubstanz. Hast du das? Oh Gott. Nee, diese Gehen wir mal zurück. Irgendwohin zurück. Kann ich einfach hier hin? Nee. Kann ich einfach hier hin? Oh yeah. Chatley, die kleine Pissnäcke. Wo ist das schwarze Brett hier? Sehe ich das irgendwo? Nicht wahrscheinlich in der Mitte. Ultrabästien sind aber keine Legis. Das sind so wie Paradox irgendwo. Irgendwas. Wo ist ein Board? Schwarzes Brett? Oh Gott. Das ist ja ganz woanders. Vielleicht gehen wir da doch nicht hin. Wie soll ich das finden? Aktueller Standort. Das ist nicht hier. Okay, aber ich will einfach zu Chadley. Ah doch, vielleicht hier die Ebenen? Chadley, 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 Chadley. Wo finde ich ein Chadley? Hier, ne? Ich komme nicht zu Chadley. Hallo Babymaus. Wie jetzt bin ich zufällig genau an einem Punkt? Spatzi ist weg. Spatzi. Was ist ja? Vielleicht ist es der mit der Spitzenfriseur. Kann ich beim Arzt umsonst schlafen? Ah ne, das ist das. Das ist das Hotel. War das nicht sogar umsonst letztes Mal? Tatsächlich. Warum kann man umsonst schlafen, aber draußen brauche ich ein Kissen. Okay, Chadley. Alex. Wie schwer wird Alex? Ich sollte... Ich sollte... Ich sollte mich skillen. Ich bleib bei Cloud tiefer Aerith. Bleib ich bei denen jetzt die ganze Zeit? Hm. Mal gucken. Was haben wir hier? Anstatt Titan können wir... Aber... dann... Shiva ersetzen. Aber die... Shiva kann man nicht ersetzen. Phoenix. Okay, ich muss Aerith Phoenix geben. Und... Tifa kriegt dann später Alexander. Aber jetzt kriegt sie... Äh... Shiva. Jetzt haben wir hier TP-Boost, Chakra, ATB-Schock, gesteckte Attacke, gesteckte Abwehr, MP-Boost, TP-Boost, Glut heilen. Gebet. Gebet. Ja, mein. Passt schon. Oh, Kitesith ist tatsächlich im Team. Oh, er ist gar kein Gast. Wie cool. Okay. Dann... Geil. Was geben wir ihm? ATB-Boost. Und... Ich hab nichts mehr. Krass. Luft. Okay. Ich bin gespannt. Alexander. Wobei Alexander ist wahrscheinlich Holy. Und gar nicht Elektro. Ah, es ist ein Roboter. Hallo, Anpilon. Das könnte jetzt ein langer Kampf sein. S-Paar Alexander. Schwäche Stufe 3. Kämpfe gegen eine stark geschwächte Version der S-Paar. Steht hier noch irgendwas? Nope. Wir müssen einmal... Analyse machen. Du, 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 du. In Final Fantasy 9 ist der einfach so hoch wie ein Hochhaus. So groß. Der linke Arm. Alexander. Wirksam Elektro. Also doch. Immun. Gegen... Einiges. Angriffe auf den Körper sind nahezu wirkungslos. Diese beiden bis bei der Barme zerstört sind. Durch Einsatz bestimmter Attacken wird Karma gesammelt. Die Stärke des jüngsten Gerichts ändert sich mit steigendem Karma Menge. Mit Hilfe von Medica kann eine Stufe Karma entfernt werden. Ach krass. Ich habe kein Medica glaube ich. Aber Medica ist glaube ich Behandeln. Warum haben die immer verschiedene Begriffe? Ah ok. Ich glaube ich habe kein Behandeln ausgerüstet. Na gut dann. Arm angreifen. Ok das war die falsche Richtung. Ach der bleibt da in der Ecke stehen. Der kann sich nicht bewegen. Ich mache dann jetzt einfach Blitz die ganze Zeit. Bis die Arme weg sind. Krass. Ok wir müssen ganz viel blocken. Ich glaube den Attacken können wir nicht aus dem Weg gehen. tiefer . Mach mal was. Mach mal. Mann war ey. monsters of cloud. ン. Linke Arm zerstört. Kann er sich porten? er plottet sich? Alter, was für ein Biest. Oder Gigant, besser gesagt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, okay. Und jetzt? Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Nein! Wie komme ich da dann vorbei? Ich muss in einem Ding stehen bleiben? Das ist doch Quatsch. Was ist denn das? Okay, der Attacke kann man nicht aus dem Weg gehen. Energiekreis. Und jetzt? Keine Ahnung. Einfach drauf. Ich nehme einfach den Schaden. Ich schluck ihn einfach. Ach so, weil vorhin jemand gefragt hat. Ich habe das jetzt die ganze Zeit nicht gezeigt. Ich könnte einfach einstellen. Ich kann einfach so stehen bleiben und die ganze Zeit halt taktische Angriffe machen. Ich muss mich nicht bewegen und Hack'n'Slay machen. Und du kannst in den Einstellungen eben auch einstellen, dass der Charakter sich nicht bewegen muss. Und dann kannst du die ganze Zeit einfach durchs Menü gehen, so wie damals. Aber es fühlt sich natürlich anders an, weil du wirst natürlich jetzt nicht das Gefühl haben, dass der eine macht die Attacke, dann wartest du, dann macht der andere die Attacke. Sondern es ist immer noch Echtzeit natürlich. Aber auch Echtzeit ist natürlich irgendwie basiert auf Runden. Kannst du keine Gegenstände einsetzen? Warum? Ach, weil es in so einem Kampf ist. Oh nein. Hast du nicht Chakra? Aber das geht nur auf einen selber, Chakra, ne? Okay, dann müssen wir einfach angreifen. Haben wir Elektroimpuls? Nein. Warum kann Aerith nicht? Ach, Aerith ist noch nicht soweit. Ja, das ist so viel Attacken hier. So, Aerith, mach mal was. Du musst doch heilen können, Aerith. Ja. Das Gefühl, ich brauche einen Fernkämpfer hier. Der umzingelt sich die ganze Zeit mit diesem Elektro. Cool Cloud, cooler Spruch. Was ist der Energiekreis? Ach, das geht, das geht, das geht. Das Ding hole ich mir ins Team. Ja, das ist Alexander. Alter, das ist eine dumme Stelle hier. Ah, was? Oh mein Gott. Was? Ich kann hier nichts tun. Krass. Okay, vielleicht kriege ich, ich kann noch gucken, was passiert, wenn er im Schock ist. Tifa hat jetzt Limit. Das ist schon mal richtig geil. Gute Kamera, gute Kamera. Aerith. Was können wir Aerith machen lassen? Macht er unschuld? Donnern der Welle. Tifa kann... Tifa nicht so eine krasse... Nee. Übermacht. War Übermacht gut? Nee. Mach ich entfest, lang und einfach schlagen. Okay, das war schlecht. Oh, aber moin, ich hab ihn gleich. Das ist ja sein Lebensbalken. Oh mein Gott. Nein. Ach, jetzt kommt diese, diese krasse Attacke, die ich hätte schwächen sollen. Oh oh. Vielleicht haben wir noch. Wer bin ich? Wer bin ich? Wo bin ich? Nein, linker Arm, rechter Arm. Ist dein Ernst? Kann ich jetzt gar keinen Schaden machen auf seinen Körper? Er ist doch fast weg, man. Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Oder? Laser? Wo geht der Laser hin? Oh mein Gott. Aerith beschwört jetzt Phoenix. Ja, Mann, dann wird's... Nein! Kann ich noch beschwören? Oh nein. Wenn ich Phoenix beschworen hätte, wäre alles gut gewesen. Ähm, ich kann halt nix machen. Ist so gemein, dass man den Körper null angreifen kann. Oh. Beschwören, Shiva. Ja, aber... Habe ich nichts, um wiederzubeleben. Ich kann nicht wiederbeleben. Oh, Phoenix. Um ein Frame konnte ich Phoenix rufen können. Man kann nicht... Man kann keine Gegenstände benutzen. Was ist das da eigentlich? Was sind die Dinger? Pfeiler des Lichts. Oh, die gehen kaputt. Was? Ich kann mich echt gar nicht heilen. Ja doch, sie hat... Chakra. Ich kriegt halt kaum was. Oh, fuck. Ich kann irgendwie warten, ob Shiva ihn besiegt. Vielleicht geht die mächtige... Jüngstes Gericht. Oh, oh. Vielleicht geht die Endattacke von Shiva auf seinen Körper. Nee. Aber er ist nicht schwer, der Kampf. Ich hätte ihn eigentlich, wenn Cloud am Leben gewesen wäre, wäre er weg gewesen. Stufe 2. Wie viel macht Stufe 2 an Schaden? 1000 bloß. Nee. Ah, das geht schon. Das geht schon. Der hat voll spät... dieses... jüngste Gericht eingesetzt. Okay, okay. Fang an, R1 zu drücken. Love die ... Mum ... huh ... armies ... jako Ahhh ... Mumbai ... Mother ... meiner ... Be Assets ... Mother JOY ... crush ... Sans ... Sei ... slippery ... Sub ... ax ... helps ... Sequence ... Heute doch macht es, äh, erhöht eine Zeit lang physische Aufwehr, aber ich glaube, es ist gar kein physisch, physischer Angriff, deswegen erhöhe ich mal meinen Schaden. Bad Timing. Area of Vita, na, ist doch Verschwendung, Ron an der Welle. Nein! Buzzer! Thanks, Tazler. Nice! Das hätte ich mir vorbereiten sollen. Synchrofertigkeit, Spiralsprung, ach komm jetzt ist der Schock gerade vorbeigegangen, man. Und seine Arme wieder da, ne? Jetzt hat die Synchrofertigkeit nichts gebracht. Beschwören Titan, ne, wenn dann beschwören wir Phoenix natürlich, aber erst wenn es schlimm wird. Wie soll ich denn jetzt da durch? Das tut doch weh, das Zeug. Das weiße, es tut doch weh. Es ist so unfair. Wie soll ich denn... Nein! Wie soll ich denn... Okay, Aerith einfach. Okay, die NPCs sind so klug und gehen nicht ins Licht. Oh Gott. Boah! Beschwören Phoenix. Was? Hm... Noch nicht. Es tut zu sehr weh, da drin zu stehen. Nein! 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 Hohohohoho! Okay, vielleicht jetzt irgendwie heilen? Protest. Courage. Ähm... Sie kann nicht heilen. Beschwören. Okay. Beschwören wir jetzt mit Aerith. Aber sie kann auch nicht. Gängst. Wie kann ich. Gängst das Gericht? Das könnte ich überleben. Leckst das Gericht? Das könnte ich überleben. Du kennst du gar nix, äh, du kennst du gar nicht. Alexander ist aus Final Fantasy IX. Ich weiß nicht, wo der noch überall war. Oh, oh. Phoenix ist da, wenn Aerith stirbt, aber andere überleben. Aerith sollte aber nicht sterben. Hohohohohoho. Tiefahrt-Limit. Erst bei Fertigkeiten, Schutzengel, belebt einmal pro Kampf, bei Kampferfähigkeit automatisch für wieder. Hebt Kampferfähigkeit und halt die TP vollständig. Aber allen, oder? Lieber nur einer Person? Ne, dann nicht. Wobei, doch sollte ich machen. Herzengel. Tiefer. Tiefahr lebt wieder, Tiefahr macht jetzt Limit. Hohohohoho. Das Cloud ist tot. Tiefahr komm, mach Limit. Ja, muss weg jetzt. Das war guter Schaden. Jetzt muss noch Phoenix der Balken runter. Jetzt muss noch Phoenix der Balken runter. Ich stehe jetzt so geschaden. Okay, Aerith. Oder Aerith stirbt. Ist auch okay. Ich mach jetzt Courage, wenn ich darf. Tief. Chakra mein ich. Komm. Okay. Jetzt sollten alle wieder leben. Was voll OP ist einfach. Ich habe einen selben Weg zurück. Ich habe einen selben Weg zurück. Ich habe einen selben Weg zurück. Okay. Ich frage mich, ob Leute so verrückt sind und die immer auf dem schwersten Grad besiegen wollen. Ja, lass nochmal checken. Kann ich neue Sachen von dir kaufen? Die Frage, ob er woanders einem andere Sachen gibt. Oder ob das immer das gleiche Angebot ist. Ja, hallo. Obis, Obis. Hallo, danke dir auch. Ey, na klar. Animation ist geil, gell? Ja, hallo. Du wolltest noch einen anderen Chat machen? Das dachte ich mir schon. Vialu, vielen, vielen Dank. Hallo. Wie ist das? Wer hätte befinden an diesem Samstag? Was gab es bei Vialu? Was habt ihr gemacht? Ist das hier der Vogel? Aufstellen der Vogelfallen. Ne, komm, wir machen weiter. Wir haben uns Alex geholt. Wobei, den Turm muss ich noch holen. Ich muss wenigstens aufdecken. Okay, Türmchen. Ich habe Käsekuchen. Alle, alle super. Du hast Käsekuchen. Habt ihr den Käsekuchen im Stream gebacken? Käsekuchen hatte ich, glaube ich, fünf Jahre lang nicht mehr oder so. Wir spielen gechillt. Da ist ein Kaktor. Warte mal. Ist das ein besonderer Kaktor? Ist das ein wichtiger Kaktor? Was ist was besonderes? Kaktrin. Das ist ein weiblicher Kaktor. Wie süß. Ist voll schwer zu finden. Zu treffen. Oh Gott. Kein Fan? Doch! Ich weiß gar nicht, doch. Es gibt hier auch Cheesecake. Aber ich habe... Keine Ahnung. Nix ist wirksam. Fähigkeiten einsetzen. It's on now. You're done. Easy. Ich habe... Ich erinnere mich noch an einen... Ich habe einmal einen Cheesecake gegessen in so einem Burgerladen und das war einfach so ein Stück Butter. Aber es war so geil. Ich glaube, es war der letzte Käsekuchen, den ich je gegessen habe. Es war einfach so ein Stück Butter. Und es hat aber so geil geschmeckt. Es ist wie wenn man manchmal irgendwo einen Brownie bestellt und es ist einfach so ein Stück Zement mit Kakao Geschmack. So geil. Aber so ein Stück Butter. In Irland gibt es bestimmt den falschen Käsekuchen, der bei uns ist ja aus Quark. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Da hat es ihn ja auch zwei. Ich muss zuerst den großen machen. Ich habe das Gefühl, der ist gefährlicher. Was habt ihr denn dann heute im Stream gemacht? Einfach ein bisschen gequatscht. Okay. So schön, ich bin fertig. Ich bin jetzt gleich! Ich warte. So genannt. Ich bin jetzt einfach. Warum bin ich tiefer? Ach, Cloud wurde verschluckt von dem. Hä? Ich passt doch gar nicht rein. Guckt er den an, den Dunewurm. Wie soll denn, wo soll denn dann Cloud drin sein? ich habe mich vom bg 3 honor an gedrückt aldos geht 3 lustig dass du sagst ich auf einmal vielleicht ist es jetzt so der wege gang des spiels oder ist es gerade ein update erst gewesen weil ich habe das gefühl jetzt auf einmal fangen die leute an diesen honor durchgang zu machen vielleicht ist es ja auch ein update und deswegen machen das jetzt alle wir haben ganz demokratisch per wahl einstimmig beschlossen dass wir den vorherigen plan baldos geht zocken über den haufen schmeißen und stattdessen quatschen why not both ne ich verstehe das ich kann also ja ich verstehe das also eins verstehe ich nicht ich würde mich niemals von meinen zuschauern überreden lassen einen anderen plan einzuleiten als den den ich geplant habe niemals aber ja ich kann auch während ich dieses spiel hier spiele ist tatsächlich quatschen schwierig ich bin nicht mehr der multitasker von früher ist das ein sandsturm ja cloud wurde nachträglich vor einem monat eingeführt ah ja eben okay was ich wollte zum bushaltestelle wo ist der bus ist das der aus spider-man geht's draun was i to the warrior's presence hello we will should it lead me but these sweltering sands what is this thing no way what misfortune for you to venture so far for treasure already claimed you would do well to leave that i may connect what is my rights mine you think the Proto-Relic ist dein? Proto, was jetzt? Relic, du sagst? Ha! Ein witziger Name! Unwürdig von meinem Schrauben! Was ist passiert? Es ist nichts anderes als ein Preis in meinem resplendeten Arsenaal. Oh oh! Wo ist eigentlich Vincent? Was ist passiert? Ich kann die Hohelung! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Warum ist das so dumm? Was geschieht? Ich verstehe nichts. Also was war das? Quier Chadley. Das war tatsächlich ähm... Sandus Maximus. Ich bin gut. Aber was? Ich habe sie in meinem initialen Analyse des Sandes. Ich bin nicht sicher, wie sie sich verbunden sind. Natürlich sind wir. Es gibt keine Ahnung, wo es dann sein könnte. Danke, Chadley. Ihr lernt bei mir glaubt nichts, was der Streamer sagt. Korrekt? Korrekt? Nur eure eigene Statistik könnt ihr fälschen. Glaubt nichts, was ich hier sage. Außer ich habe recht. Muss ich hier schlafen? Soll ich hier schlafen? Was war das jetzt gerade? Er will cloud hat gesagt, das ist doch nicht etwa so von wegen, als ob er ihn kennt, aber den können wir nicht kennen. Soll ich schlafe ich schlafe? Ne, ne, ne. Äh, ich will ein Foto machen. Die sind einfach. Und ich will nicht mit Buggy rumfahren. Ich will wieder den Schokobot. Na gut. Wenn etwas im Stream schief läuft, ist immer der Chat schuld. Und warum schiebt dann der Chat es immer auf den Streamer? Wir wollten uns niemals die Schuld geben. Ihr habt nur die Schuld wenn ihr mich aufregt. Wenn ihr mich triggert, seid ihr schuld. Ich kann mich ja nicht selbst triggern, das geht ja nicht. Das würde ja bedeuten, ich hatte eine kurze Zinsschnur. Das habe ich ja nicht. Ich bin ja geduldig. Du musst das Bild selber machen, aber von was? Einfach von Cloud, äh, von Golden Saucer? Sieht so aus. So, wie geht das nochmal? Äh, Fotomodus. Wie mache ich ein Bild? 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 Bild machen. Playstation, mach Bild. Hier steht nichts von Bild. Okay, abgeschlossen. Ich habe kein Bild gemacht. Achso, die wollen, dass ich dann auf die Scherntaste drücke, glaube ich. Das ist doof. Okay, wir haben es. Bild. Warum ist das hier, ich habe den Turm, warum ist das hier nicht aufgedeckt? Vielleicht muss ich zu der... Warum ist das nicht aufgedeckt? Beschaffung des Synthesechips. Gränzland der Wüste. Warum ist hier nichts aufgedeckt? Mein Monk. Beschwert sich. Aufstellen der Vogelfall. Nein, danke. Äh, ich mache jetzt noch den Turm, weil Türme sind cool. Und dann... Ich weiß gar nicht, was die Story ist. Wo ist überhaupt der nächste Storypunkt? Weil der Chat nur das reflektiert, was die Streamer-Persönlichkeit darstellt. Das denke ich mir auch immer. Aber das kann nicht sein, weil dann wäre ich ja ein Arsch. So viele Ärsche, wie hier sind. Das kann ja nicht sein. Du willst mir ja... Du kannst mir ja nicht sagen, dass wenn ich ein Arsch bin, dann ziehe ich Ärsche an. Nee, nee, nee. Ich bin super nett, super hilfreich, super lieb, super zuvorkommend. Bin nur freundlich, beleidige niemanden, bin nicht schnell getriggert. Trotzdem sind hier nur seltsame, komische Ärsche. Da ist ein Kaktor, der ist so schnell durch die Tür gelaufen. Jeder hier ist super nett. Schau, das Nett wird sogar groß geschrieben. Ich habe bescheiden vergessen. Was ist das? Das ist cool. Ich kann nichts machen. Muss ich da einen Kaktor reinlocken? Wo ist Kaktor? Ist irgendwo ein kleines Kaktorius? Wir gehen zu Fuß. Scheiß Buggy. Wenn du ein Arsch bist, dann rufen wir Rose und sagen, du wirst wieder gemein. Dann ruft sie mal. Hier hört nichts. Funktur. Ich hasse die. Dumme Dune-Würmer. Jetzt hat er mich schon wieder gefressen, ey. Er hat sich in die andere Richtung gewälzt. Warum verliert Tifa so viel Leben? Warum wurde sie auch verschluckt? Sag einmal. Sag einmal, was ist denn das hier? Was ist hier los? Mhm, mhm, ich komme hier nicht raus. Dann, 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 dann. Kann er immer wieder auskotzen. Die anderen. Ah, 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 ah. Sie hat gekotzt. Tifa ist tot. Eine Leiche ausgekotzt. Was macht Barrett hier? Ich könnte fast denken, ich könnte, die könnten mir helfen. Cool. Cooler Kampf, coole Gegner, ja. Gibt es eigentlich noch so ein Bonus-Ding wie Alexander oder den Phönix, was du haben magst. Ich weiß nicht, wie wir müssen weiterspielen. Ich weiß noch, dass es eine Bestie gibt, die es sonst noch nie gab. Das ist so ein, so ein, so ein Stier. Ansonsten, es gibt in jedem Final Fantasy eigentlich Bahamut. Keine Ahnung, wo der ist. In jedem, in jedem Gebiet gibt es wahrscheinlich einen. Natürlich brauche ich alle. Ey, ich stehe daneben. Der könnte, nee, der kann mir gar nicht wehtun. Er hat mich gefressen. Ich zeige dir, was ich kann. Ja. Get'em. Vertilgung. So ein politischer Begriff für ich fress dich auf. Ja, genau. Jetzt fress die alle auf. Barrett hilft. Kann der Wurm weggehen? Nein. Wie Erdbeben. Ich hasse die, die sind so asozial. Ich sehe halt nichts. Kann der mal Aerith ausspucken? Das ist auch tot. Warum lebt der noch? Er ist stärker als das. Vielleicht sollte ich einfach mich heilen, bevor ich den Kampf anfange. Kannst dem nicht ausweichen, ey. Okay, ich renne rein und die machen einfach rüber. Nein. Ich habe mich gefressen. Du kannst das Ding. Es ist doch unfassbar. Nein. Okay. Ich wurde nicht gefressen. Ich bin ausgewichen. Ich bin so weit weg. Wieso werde ich gefressen? Und wieso ist Klau tot, wenn er ausgeschmuckt wird? Und er verbuddelt sich, während ich angreife. Kannst du, kannst du anvisieren? Kannst du, kannst du. Ich komme gerade wie ein Loot-Foil. Ich habe auch zwei kleine Gegenden und ich kriege die nicht klein. Ich setze gleich eine Esper ein, ey. Ich habe keine Feuer-Esper. Doch, Aerith hat Phoenix. Okay. Hallo, Schenks. Zwei dumme kleine Würmer und ich muss einfach Phoenix einsetzen. Cool. So ein Quatsch. So ein dummer Kampf. Ich sehe es nicht ein, mich irgendwie zu skillen oder irgendwie Heil-Items einzusetzen. Ich sehe es nicht ein. Der ist nicht so schwer. Kann man irgendwie diesem Vertilgen nicht aus dem Weg gehen? Okay. Nein, ich kann nicht. Die kommen sofort raus, wenn der Kampf anfängt. Genau dazwischen. Der, der, der schießt dahin. Du kannst gar nichts machen. Du kannst gar nichts machen. Und er kotzt den Tod aus. Moment, wo ist Cloud? Warum kann ich Cloud nicht steuern, aber Cloud ist da? Hä? Kein Cloud? Cloud ist nicht aufgelistet. Das ist ein Fehler. Cloud ist nicht aufgelistet. Ah, er ist wieder verschluckt. Das war Quatsch. Ich dachte, es ist immer noch auf Feuer, aber es hat einfach eine andere Attacke ausgewählt. Mecker, mecker, mecker. Bye, Katetsu. Die Trottel, warum mache ich schon wieder Sub-Spirit? Okay, aber Anna ist weg. Aerith rockt es jetzt alleine. Genau, weil der Wurm jetzt da festhängt. Aha. Der Wurm hängt. Hihihihi. Schwören, Phoenix. Warum bin ich zum Wurm? Der Phoenix hat mich nach vorne getragen, glaube ich. Wurde, warum mache ich nicht erst mal Fertigkeiten, das ist noch auf Feuer. Shit. Hup, that's it. Phoenix, mach was. Oh mein Gott, ich konnte nicht aushalten. Ich fühle mich ziemlich weib. Anna, alles gut. Ach, die Attacke? Oh mein Gott, wie lang? Ich bin so weit weg. Das darf nicht zählen. Nochmal. Ah. Okay, Phoenix, oh komm. Das wäre die Attacke gewesen. Okay. Hey, jetzt sind sie sogar alle geheilt. Was für ein Quatsch. Er war genauso schwer wie Alexander. Und zwei kleinen Würmchen. Wir müssen das immer wieder machen. Ja, warum sind die anderen nicht geheilt? Die Attacke heilt eigentlich alle. Bam, 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 bam. Bahamut ist ein Drache, ja. Ach, das meinst du? Ja. Bahamut ist ein Drache. Ich weiß gar nicht, ich glaube, also im Remake gab es auch Proto-Bahamut. Oder wie der hieß. Also quasi ein Roboter-Bahamut. Ich muss da hin. Puff. Erisch springt da noch rum. Warum deckt das eigentlich nicht auf? Fällt mir das jetzt erst auf, dass die Türme nicht aufdecken? Kann nur ich selber mit meiner Person aufdecken? Anscheinend. Okay. Ich meine, hier ist noch eine einzige Lebensquelle. Und dann gehe ich zur Story. Ich muss einmal meine Materia checken. Ich habe ein paar aufgelevelt. Und die sollte man dann nicht ausgerüstet haben, weil dann bloß Verschwendung. Wie komme ich da hin? Einfach weitergehen? Kann der Buggy da runterfallen? Nein. Auf die Gegend habe ich jetzt keinen Bock. Oh. Ich habe das Gefühl noch da. Sehr gut, sehr gut. Kann ich mir mit dem Buggy das Schild aufstellen? Nope. Deswegen, ich will die Chocowusse zurück. Wir konnten alles. Wofür haben wir denn Kissen? Hier sind die Chocobo so weiß. Ich will Chocobo reiten. Vor allem das Kissen benutze ich für meinen Arsch. Ich dachte eher, so ein Kissen wird für den Kopf. Arsch. Da, was man diese da nochmal beistand. Ach, das war Mogri. Okay, gucken wir mal, was die Mogris uns anbieten. Ich habe echt keine gute Materia Auswahl. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viele Materias verpasst. Es ist Minispiel-Time. Bitte bring back all the Muglets for me, Chocobo. Schabernack Stufe 4. Aber irgendwie, es ist kein Zeit. Auf Zeit, es ist nicht auf Zeit. Also, was ist die Herausforderung? Vielleicht nicht zu sterben. Langsam sind die Kinder ganz schön auszuziehen. Ja, komm mal an. Oh nein, na, sind wir hier beim Mario Kart? Das sind viele. Fünf. Okay, doch nicht so viele. Wo ist das? Wo ist das? Bitte verkauft mir coole Sachen. Verkauft mir coole Sachen. Rubin, Smaragd, Materie, O-Ring, Einführung, die Schwertkunst, ja die Sachen müssen wir nehmen. Schwingungsdetektor? Ein kompaktes Gerät, das mit Schwingung ungeheuer unter der Erde orten kann. Heißt es, ich sehe dann die Gegner unter der Erde? Aber keine Materie verkaufen die. Das ist doof. Okay. Oder du? Was machst du? Ach du willst das Spiel nochmal machen, ne? Ne, 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 ne. Over here! Okay, weiter zu der Quelle und dann war es das. Aber irgendwann muss ich mal coole Materie herkriegen. Vielleicht... Chadley, Kampfsimulator? Das wirkt nicht wie ein Weg. Oh, 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 oh. Okay. Wie ist das ein Weg? Das kann nicht richtig gewesen sein. Oh mein Gott. Wo ist Eule? Was... Es muss hier auch irgendwo ein Chadley noch geben. Vielleicht habt ihr neue Sachen. Aber ich glaube, Sid schließt uns nicht an. Sid ist, glaube ich, einfach nur der Typ, der uns dann die ganze Zeit hin und her fliegt. Ich glaube sogar, wir gehen jetzt zu Sid, weil der sollte in der Wüste sein. Das Spiel ist ein Traum für Sammler. Schön diese Bestätigung, Geräusche, Klick, Klick. Eine Leiste füllt sich langsam auf. Tomberry König? Was? Kampfaufträge wurden aktualisiert. Geheimnis, die Krone der Schröpfung. Schröpfung? Schröpfung? Ist das der Tomberry König? Oh Gott. Den machen wir nicht. Steht es da? Die Krone der Schröpfung. Doch, tatsächlich. Das wird ein Tomberry König sein. Aber Tomberry ist so cool. Ich habe Chadli da. Wo wäre denn jetzt das Ziel für die... Oh Gott. Hier. Aber irgendwo muss es doch auch eine Stadt geben, wo Chadli drin ist. Oder ist das der hier einfach? Das ist einfach der hier. Okay, dann gehen wir kurz nochmal zu dem Chadli. Mal schauen, was der so kann. Nee, den habe ich doch gecheckt. Das ist das Dorf von Barrett. Wir haben ja keinen anderen Chadli. Ja, die TP-Absorption und Autowaffenfertigkeit. Wer braucht denn das? Oh, hier sind mehr. What the fuck? Ach, die von der alten Region kann man auch machen. Okay, aber Maufen brauche ich auch nicht. Naja, brauche ich alles nicht. Ist ja langweilig. Shadley. Was ist denn mit dem Arzt? Wird gar nicht angezeigt. Gibt es hier keine Shops? Okay. Wie komme ich hier raus? Ah, hier. Doch. Zu den Büchern sollten wir gehen. Waffen laden. Materia laden. Da müssen wir hingehen. Mutig. I trust you ain't just window shopping. Nope. Dieser Megalodon. Aber so viel Geld habe ich auch nicht. Nee. Zu den Büchern sollte ich und hier ist ein Materia-Mensch. Gott, ich war glaube ich noch nie bei dem Materia-Verkäufer. Jetzt hat er wahrscheinlich die geilsten Sachen. Okay, oder auch nicht. Ich meine, ich habe alle mindestens einmal. Schade. Irgendwie sowas wie Erstschlag oder so wäre cool mal zu haben. Nahkampfklinge. Wieso tiefer Null? Oh, da war was. Ach, Kai-Sith kann ich richtig krass aufleveln jetzt. Dass der sich echt uns angeschlossen hat. Ich dachte, der wird so ein Gust wie Red. Ich traue mich noch nicht mit dem zu kämpfen. So freundlich hier. Okay, sie haben ein bisschen was durchgemacht. All right. Wir ziehen weiter zur Hauptstory. Die ist da. Das heißt, wir gehen einfach von hier. Wahrscheinlich dann hier durch. Ich habe heute ein neues Video gemacht, aber es ist noch nicht ganz fertig. Das kommt nächste Woche dann raus. Dann habe ich alles vorbereitet für Gen 5, dass es alles auch schön aussieht. Dann wollen wir mal spazieren. Und da sollte ich nicht lang. Vielleicht schon. Dieser Buggy nervt. Ich muss bei solchen Buggys echt immer an Mass Effect denken. Mass Effect 1. Da hatte man auch so ein Buggy und ist auf einfach leeren Planeten rumgefahren. Ich glaube, wir hier. All right, folks. Keep those eyes peeled. Peeled for what? For a jungle. That's what? Reaktoren nestled deep in the heart of one. If that's the case, I think we're still a long way off. Hier ist Jungle. Well, we'll soon find out, wouldn't we? Soll ich da runter? Ich glaube, ich soll da landen. Überall diese Fake-Haltestellen. Ich will aber... Hier ist doch was Cooles. Das ist eine fette Straße. Flugplatz. Oh, der ist noch zu. Okay. Du kommst mit dem Buggy nicht weiter, aber kann ich zu Fuß? Jupp, jupp, jupp. Wartet hier jetzt der alte Flieger? Nein. Kein Flieger. Aber hier kann ich wahrscheinlich landen. Aber wir treffen uns nicht woanders. Okay, fette Flugbahn, die gar nicht kaputt ist. Okay. 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 Ich kriege zur Zeit auf TikTok so viele Videos gezeigt von professionellen Piloten. Ich hoffe, es gibt keine unprofessionellen Piloten. Die einem so Fragen beantworten. So, was ist das Geräusch beim Fliegen? Was ist? Warum macht man das? Warum macht man das? Wir sind sehr cool. Ein paar Sachen, die ich nicht wusste. Und es berückt einen so ein bisschen. Okay, dann muss ich jetzt mit dem Buggy da rüber. Du kriegst zur Zeit Naturkatastrophen auf TikTok. Das ist aber nicht so schön. Du zeigst gerade das Originale Final Fantasy. Geil. Und willst du dann das hier spielen? Oder hast du kein Interesse am Neuen? Ich hätte das Alte nochmal spielen sollen. Ich bin die ganze Zeit so, das haben sie aber neu gemacht. So, nö. Es war 1 zu 1 im Original. Aber das da war nicht drin. Doch, 1 zu 1. Alles vergessen. Luffy ist wieder im Kotzen. Heute hast du gesehen, wie Blitze eingeschlagen haben. Ich fühle dich. Du musst ganz schnell weiter swipen, wenn du was siehst, was du nicht willst. Oder gedrückt halten und sagen, interessiert dich nicht. Zephyrra. Zack war hier schon mal, glaube ich. Ist Gongaga jetzt komplett neu? Oh ja. Oh ja. Cool. 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 Das heißt, du siehst die Sachen, findest sie schrecklich, aber du willst doch irgendwie nicht wegschauen. Wir haben wiederbeleben. Zweimal. Versiegelung, Zerstörung. Ah, Tod. Okay, Tod könnte immer so eine Geheimwaffe sein. Geschwächterattacke. Prokodilarmreif. Scheint gut zu sein. Was? Kein Geld mehr? Ernsthaft? Ich habe gerade so viel Geld ausgegeben. Kann ich irgendwas verkaufen? Hochwertiges Rückgrat. Nee, okay. Ich hätte Bock, aber abgesehen, der Remake ist in PS Plus und wusste nicht, ob es sich lohnt, Rebirth zu holen, wenn das Remake gratis ist. Hä? Was meinst du dazu, hast du Remake gezockt? Ja, aber du weißt schon, es sind komplett verschiedene Spiele. Remake ist der erste Teil, Rebirth ist der zweite Teil. Remake ist nur ein Midgar, sobald du Midgar verlässt, ist dann Rebirth. Und das heißt Rebirth, weil du spielst das Remake, das ist noch ziemlich 1 zu 1 und dann am Ende vom Remake ändert sich so ein bisschen was und dann ist eben der zweite Teil Rebirth, wo dann alles so ein bisschen vom Original abweicht. Das heißt, du spielst jetzt das Original und dann das hier ist, du spielst nicht 1 zu 1 einfach ein Remake, sondern es wird immer mehr zu einem eigenen Spiel und anders und ich check gar nichts, was Story anbelangt, weil es wird echt verwirrend. Ich kann da nicht rein, ne? Also wenn, dann spielst du das Remake, was sehr gut ist und dann spielst du das Rebirth. Aber Remake und Rebirth, also die bauen aufeinander auf, aber Rebirth ist vom Style her ganz anders. Also selbst wenn dir das Remake nicht gefällt, du musst es trotzdem durchspielen. Rebirth ist nochmal ganz anders, wie du hier vielleicht siehst. Chocobo rufen, das heißt, hier gibt es wieder Chocobos. Was sind das für crazy, eklige, äh. Schauen wir mal, was die machen. Die sind drei. Okay. Okay. Das ist einfach deswegen immer Analyse benutzen. Ich habe nur angefangen, weil mir FF mit dir im Stream getalkt hat, bin auch neu in FF. Wann hast du... Wie, wann, was habe ich gespielt, dass dir FF getalkt hat? Das hier und dann hast du gedacht, spielst du das Original? Das ist cool. Das ist krass. Das Original ist halt gut alt und aber... Ich hoffe, du spielst wenigstens ein Remaster, wo du vorspulen kannst und sowas. Kann ich damit überhaupt hier rumfahren? Schlecht, oder? Nope. Okay. Wollte aber erst mal das FF-Feeling bekommen, deswegen OG erst mal. Sehr gut, sehr gut. Ja. Also am besten spielst du zuerst das Original, dann spielst du Crysis Core. Das ist die Vorgeschichte von Final Fantasy. Gibt es auch auf der Playstation. Und dann spielst du das Remake. Beziehungsweise nach Crysis Core kannst du noch Advent Children anschauen, den Film. Der ist sehr cool. Advent Children. Da ist auch noch mal ein bisschen Story drin und so. Und dann spielst du das Remake und dann spielst du Rebirth. Es gibt noch mehr Final Fantasy 7 Teile. Es gibt zum Beispiel noch Dirt of the Caborus, aber das ist nur für Playstation 2. Das ist die Story von Vincent. Muss man jetzt aber nicht unbedingt spielen. Aber Crysis Core ist wichtig für die Story. Um alles zu verstehen. Auch zur Not kannst du auch die YouTube-Videos anschauen, um die Story dir nachzuholen. wenn du das Spiel dir nicht holen willst. Aber Crysis Core ist ein sehr cooles Spiel. Hallo, Salad. Hallo, hallo. Heute habe ich einen TC zu Trippophobie gesehen. Widerlich. Ich finde das faszinierend. Ich kann verstehen. Also ich habe da keine Phobie oder sowas. aber ich finde es schon auch eklig zum Anschauen. Also ich muss jetzt nicht solche Sachen anschauen, aber ich würde jetzt nicht das Handy wegschmeißen. Habe ich die schon? Nein. Ich bin voll stolz auf mich, wie ich das mit der Analyse durchziehe. Küss mich. Die heißen Küss mich. Und das ist die Küsschen. Es gibt auch Küsschen, aber die sehen zu klein aus für Küsschen. Küsschen sind immer cool gewesen. Die sollte ich jetzt aber auch Raum, ja, Feuer. Die killen mich gerade. Die killen mich gerade. Habe ich Küsschen gehört? Ja, Norrish. Ich wette, hier gibt es einen fetten Gegner, der Küsschen heißt. Das sind so wie so fleischfressende Pflanzen. Aber nicht die mit dem mit dem Maul, sondern die quasi, wo man so reinfällt. Wie so ein Sarzenier. Habe ich da Küss mich gehört? Ja. Oh, wenn du Final Fantasy Spiele spielen willst und du es noch nie getan hast, dann hast du einiges an Zeit vor dir. Nach 7 spielst du dann 8, nach 8 spielst du dann 9, dann 10, dann skippst du 12, dann spielst du 13, dann 15, dann 16. Aber du musst sie natürlich nicht in der Reihenfolge spielen. Nur innerhalb der Zahl ist ein Final Fantasy quasi aufbauend. Es ist krass, wie sie aber 7 schlachten. Warum schlachten sie nicht 8, warum schlachten sie nicht 9? Warum nicht 10? 10 war auch krass erfolgreich, aber 7 war immer im Herzen so der Final Fantasy Teil, den sie ohne Ende schlachten können. Ich glaube mit 10 würden sie auch gut dran sein. Ja genau, spring ins Wasser. Das heißt, hier gibt es auch einen Esper. Was für einen Esper gibt es hier? Ist das der Stier? Morbul? Ne, Morbul ist das andere. Das ist ein Morbul. Es gibt auch ich weiß nicht, ob es das hier im Spiel gibt, aber es gibt eine Bestie, die Fisschen heißt. Morbul ist nochmal was anderes. Ich sehe gar nicht, was ich hier gerade anreife. Legend of Dragoon Remake würdest du dir gerne wünschen? Ich meine, sie haben ja letztens gab es noch ein Remake von Time Chronos Chrono Trigger. Das ist ja auch so aus dem aus der Zeit, aus dem Zeitalter von Legend of Dragoon. Also ich habe die nie gespielt. Ich habe damals nicht Playstation gespielt. Ich habe erst mit Final Fantasy X eine Playstation besessen. Und all diese OG, wobei Legend of Dragoon ist ja glaube ich Playstation 1 oder 2. Da geht es ja noch viel krasser. Da geht es ja hier noch mit ähm wie heißen die ganzen Nevermore irgendwas mit Nevermore gibt es doch. Gibt es so viele. Nice Oli. Das ist die Piranha Pflanze mit Tentakeln. Genau. War ein 15 vor Pietro auf dem Secret Dungeon. Ah. An sein. Was haben wir jetzt hier für ein für eine Esper? Ku 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 Jata Ku Ku Jata Das ist der Stier oder? So eine Art Stier eigentlich ein Einhorn also äh wie heißt nicht Stier sondern Nashorn Baum Ja also so ein wie nennt man das Stier Kreis 4x Kreis 4x Kreis 4x Okay Wie soll man Dragon Quest Bilder wieder machen? Die waren cool. Analyse complete My Edition allow Ist der gut? Ku Jata ist komplett neu Ku Jata Ja also am Ende wir müssen einfach nur dem Fluss folgen und dann sind wir da wo wir sein wollen Gong Gaga was war denn noch mein Gongaga was ist da nochmal passiert ich bring so 7 und 9 gerade durcheinander weil 9 gibt es auch so einen Sumpf wo man dann bei diesem wo man dann den einen das Party mitglied kriegt zu dieser fetten Zunge weil hier weil hier weil irgendwo in 7 nee das war auch 8 glaube ich 8 8 war 8 war doch auch das wo es diese Feuertierchen gab so kleine Feuerlöwen war das 8 oder war das 7 oder 9 7 8 9 sind echt weil sie sehen sich so ähnlich und sie spielen sich so krass ähnlich nee ich glaube die kleinen Feuertierchen sind 8 gewesen was ist das für ein kleines Ding ich muss mal meine Materials checken gleich Dragon Quest will das hast du mal eine Demo gespielt Wand Eis am zweiten ja ich auch nur das zweite gespielt höchst du privat eins der neuen spiel zocken Ronin Alone in the Dark und Dragon's Dogma für mich alle drei leider Flop Alone in the Dark hat mich voll überrascht ich habe nichts davon mitgekriegt auf einmal sehe ich auf Playstation Alone in the Dark und ich denke mir warte mal das ist doch erstens ein saualter Film nicht saualter aber ein alter Film wozu es ein Spiel gab was auch nicht so der Banger war und auf einmal gibt es ein Alone in the Dark hat das irgendwas mit dem Film zu tun nee oder weil das sieht aus wie so Sherlock Holmes mäßig der Dragon's Dogma habe ich damals gespielt ist halt ein krasses RPG aber ich mochte nie den Style davon also dass du dir diese diese Charaktere rufen kannst und dann kämpfen die dann mit dir und das war es war mir und dann gibt es Tag und Nacht Cycle das war mir zu krass aber ich habe es trotzdem beendet ja und ich habe gehört das neue Dragon's Dogma soll krasse Performance Probleme haben aber das was gestern hier gesagt wurde dass Microtransactions Microtransactions in Dragon's Dogma sind die unverschämt sind das ist ja anscheinend wieder Quatsch gewesen da übertreiben die Leute wieder bloß es ist wieder so Twitter was sich dann aufeinander stapelt und in Wirklichkeit ist es gar nicht so schlimm ähm und was war das andere Ronin Ronin kenn ich nicht kenn wir schwimmen anscheinend kannst du die erste halbe Stunde nicht schnell reisen aber wenn du Geld ausgibst kannst du es halt schon aber nach einer halben Stunde kommst du zum Schnellreisepunkt und kriegst ein Item was du im Spiel kaufen kannst und dann kannst du schnell reisen die Leute regen sich anscheinend auf wegen den ersten paar eine Stunde halbe Stunde wo du halt nicht schnell reisen kannst oder sowas aber du könntest das wenn du zwei Euro ausgibst oder sowas aber ich hab mich jetzt auch nicht so dafür interessiert Moment wir haben hier einen Zettel von Rektotio ich trottel Rektotio Dankeschön für dein Tier 3 Sub 3 Sub Fett 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 Rektotio Dankeschön Ronin ist sowas wie Ghost of Tsushima es klingt auf jeden Fall auch so ja die perfekte Waffe oh Gott kann man hier Ultima Waffen herstellen Rektotio Ultima war in 15 gar kein Problem. Du meinst der Gegner oder Waffen zu sammeln? Wie heißt die? Die hießen doch Ultima-Waffen, was soll ich? Die Waffe? Ja, die Waffen waren in 15 so einfach dieser Ring. Du kannst einfach diesen Ring holen in dem Dungeon und du hast dann einfach den krankesten Ring und kannst alles damit zerstören. Dieser Ring, der einfach tot kann. Ja, aber krass, der Ring. Der hat das alles ein bisschen zu einfach gemacht. Aber den Ring zu kriegen war dafür nicht so leicht. Ich habe noch nie von Final Fantasy gespielt, die jetzt damit anfangen. Meinst du, es lohnt sich? Oder weniger? Ich glaube, manche Menschen denken, dass Teil 16 bedeutet, oh mein Gott, ich muss 16 Spiele spielen. Aber das stimmt nicht. Jeder einzelne, jede einzelne Zahl von Final Fantasy ist ein eigenes Spiel. Du musst nicht 1 bis 16 spielen. Wenn du Rollenspiele magst, dann natürlich. Final Fantasy ist die bekannteste JRPG-Reihe, die es gibt. Und es gibt einen Grund, warum alle sie lieben. Weil die Charaktere toll sind, die Story ist toll, das Kampfsystem ist cool. Aber in jedem Final Fantasy ist das Kampfsystem auch leicht anders. Also, selbstverständlich lohnt sich das. Aber wenn du das hier spielen willst, solltest du storymäßig trotzdem das Remake spielen. Weil sonst checkst du hier erst recht nichts. Ist das eine Quelle? Warum kann ich die nicht, weil ich sie schon habe? Der Staubsauger-Ring, genau. Gebe ich da hoch? Gehen wir so. Den Ringer hast du nur benutzt, außer bei Adamant. Aber da war er, ich glaube, hat irgendjemand Adamant, Taiman oder wie der heißt. Hat den irgendjemand besiegt ohne Tod? So, zwei Tage lang. Ich glaube, der Kampf geht zwei Tage lang. Also Echtzeit oder so. Hallo, Lurki. Oh, Wukong. Ja, Wukong sieht's. Jeder Trailer von Wukong sieht einfach abnormal geil aus. Aber es wird wahrscheinlich wieder was sein, was ich einfach auch nicht spielen werde. Okay, immer weiter, immer weiter. Soll ich jetzt echt hier schwimmen? Hier schwimmen. Echt, Temtem haben sie jetzt den Content eingestellt. Ich hatte nur gelesen, dass sie ein fettes Community, so einen Community-Post gemacht haben. Und ich dachte, die Quintessenz war, dass sie ein bisschen länger brauchen, um all die Updates rauszubringen. Aber Echt, Temtem ist jetzt durch. Ich meine, es ist trotzdem ein fettes Spiel. Man kann da so viele hundert Stunden reinstecken. Stellt euch mal vor, wie in Zelda würde ich jetzt langsam untergehen. Wir haben jetzt so ein Swarm-Game rausgebracht. Äh, Schiet. Den Pilz. Habe ich nicht mitgekriegt, dass hier was rausgeht. Runden-basiert? Ich meine, Temtem war auch runden-basiert. Oha. Chocobo. Wo werde ich Chocobos freischalten können? Schaffung der Karte. Vielleicht, wenn ich das hier mache. Naja, wir sind gleich da. Aber hier ist jetzt nicht der Cosmo-Canyon, oder? Also da, wo dann dieses... Dieses Planetarium ist, oder? Ne, das ist hier noch nicht. Das war doch in der Wüste. Das ist so schwer zu... Es ist... Es ist zu lange her, dass ich das alles vergleichen könnte. Vor allem ist es sowieso hart, weil... Im Original bist du auf einer riesigen, leeren Karte rumgelaufen. Pilze. Giga-Pilze. Giga-Pilze. Wie weit bist du? Ich glaube, ich bin in Kapitel 10 von 14. Oh nein. Die Gongagas. Die Fans von Lady Gaga. Eyyy. S-S-S-Sisney. Die ist neu. Die war nicht im Original. Und die ist aus Crisis Core. Ja, nur wenn man Crisis Core spielt, weiß man, wer das ist. Sisney. Giga-Pilze. Giga-Pilze. Wir haben eine große Herausforderung, du sehen? Woe-Pilze. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. B-W-W-W-W-W-W-W. Und sie wird uns bestimmt noch erzählen, warum sie kein Türk mehr ist. Natürlich. Ich habe die Tomberys hinter den Secret-Turn in den Dungeons vergessen. Boah, die sind dingerlästig, besonders die meisten Tomberys in der Nebenquest. Da hast du auch den Stop-Sorger benutzt, ah. Ich liebe Tomberys deswegen, weil die sehen so unscheinbar aus und sind eine der stärksten Gegner im ganzen Universum von Final Fantasy. Sogar Tomberys sind so langsam. Ich weiß auch, in Crisis-Car gab es auch so eine Mission, wo man fünf King Tomberys besiegen muss und muss sie so krass ausweichen, weil sie so kommen so ganz langsam auf dich zu und wenn du dann vergisst, dass einer neben dir ist. Weil die stechen so mit einem Messer ganz langsam zu und bringen dich um. Aber sie bewegen sich dafür sau langsam. Tomberys sind langsam. Sie schleichen sich so an und dann zack, Messer. Und dann haben sie auch noch mal. Also ich bin niemals ein, ich bin niemals, es ist das eine Schrank. Aber ich bin nicht auf dem, ich bin nicht so. Also, ich bin nicht so, dass sie nicht so gut sind. Ich bin nicht so gut, aber ich bin und ich bin nicht so gut. Hm, das war die Firma, die zu versuchen, zu schützen. Ich bin froh, dass sie sogar den Weg gemacht haben. Und dank der schweren Arbeit unserer Bevölkerung, Gongaga rief aus den Aschern, richtig? Das ist schön und alles, aber ein Memorial nicht absolutionen. Ihr müsst euch verletzt werden. Ich weiß, dass ihr Dinge zu tun habt, aber wenn ihr euch aufstehen wollt... Ich würde nicht sagen, nein. My house is just down there. Got an open door policy, so feel free. Woohoo! Don't mind if I do. I'm gonna take a look around. Aerith ist ein bisschen unterrepräsentiert in dem Spiel. Wie kaum... Also seit vier Kapitel oder sowas hat sie kaum was gesagt. Es ging immer so, naja... Es ging es um Barret, Yuffie, Kite... Red auch. Seit vier Kapiteln oder sowas ist Red gar nicht mehr am Start. Ready. Eigentlich sollten Red und Kite sich streiten, das wäre lustig. Aber für jemanden wie du, welchen von diesen du denkst du sie sind? Äh, was? Wat, wat, wat? Die sehen so aus. Oh, soll ich das wissen? Hast du es gerade beschrieben? Ich glaube die da. Ja, die wird erst in den dritten Teil in den Vordergrund treten. Ergo, hast du mir gerade gesagt, dass sie in diesem Teil nicht sterben wird. Was ich schon vermutet habe, weil sonst wäre das Internet, glaube ich, voll damit, dass Aerith stirbt. In dem Teil. Ich habe keine Ahnung, wo der Teil aufhört. Und ich habe genau genommen auch vergessen. Aber ich dachte eigentlich, dass Aerith im Org... Äh... Relativ früh. Ach, keine Ahnung. Ganzes Ende nicht. Hey, vielleicht. So sieht das nicht im Original. Ja, aber es ist ja alles anders. Es ist doch alles anders. Hallo, Cloud. Die Tieren sind reing... Das bedeutet, dass du... Das bedeutet auch, dass du mehr detaillte Informationen über das Dessert für mich bekommst. Gestein. Oh. Äh, warum kann ich das nicht kaufen? Gestein 40, 30, okay. Limit Union. Synchro Link. Okay, das brauche ich alles. Oh Gott. Okay, wir sollen uns einfach ein bisschen umschauen. Oh, der Fototyp. Warum sollten sie das ändern? Also, dass es passieren wird. Die Frage bleibt halt, dann wann. Warum sollten sie das ändern? Weil sie alles ändern in dem Spiel. Ich meine, Zack lebt. Natürlich kann es sein, dass Aerith niemals... ... drauf geht. Das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Werden sie es tun? Oder wird es anders sein? Und er sagt Kürbisse. Und er sagt Kürbisse. Okay, das wäre glaube ich ein Minus. Verdammt. Du weißt nur bis zum Ende dieses Kapitels. Mal neue Waffen? Ich habe eh kein Geld. Sorry about that. Was catching up on sleep. Nope. Keine Waffen. Entweder heißt das, dass ich alle Waffen aufgesammelt habe, die wichtig sind, oder... Das Spiel gönnt, keine Waffen. Schon geil, ob ich die ganze Zeit Karten kaufe, aber... ... null benutze. Wo sind die anderen? Chocobo-Laden. Vielleicht kriegen wir Chocobos. Dann gibt es aber hier wahrscheinlich nicht den Chocobo-Himmel. Es gab so eine fette Quest, um alle Chocobos zu kriegen. Und... ... da gab es dann auch den Chocobo-Himmel oder sowas. Wo... ... so ein riesiger Chocobo war. Lorbeer. Barmherzigkeit. Ja, das ist alles Quatsch. Tauschen. Waren es in Remake und Rebirth dann beide neuen Teil von der Story vom OG? Oder... Ich komm... Da kommt dann noch ein dritter Teil. Genau, anscheinend gibt es... ... hier nach noch ein Teil. Aber wenn du das Original spielst, kriegst du die komplette Story. Du spielst... ...1996 Final Fantasy 7 und das ist einfach ein Spiel... ... was sie jetzt geremact haben in drei Teilen. Der zweite Teil ist hier jetzt rausgekommen und der dritte Teil kommt wahrscheinlich wieder in... ... in drei Jahren kommt dann der dritte Teil raus. Und dann ist die Geschichte wahrscheinlich wieder fertig. Aber sie erzählen halt die Story... ... ein bisschen anders. Ein bisschen was hinzugefügt. Und es ist quasi wie so ein Paralleluniversum. Also es ist nicht... ... die Original... ... wir spielen nicht die Originalgeschichte, wie du sie jetzt spielst. Deswegen lohnt es sich ja das hier zu spielen, was anders ist. ... ein Freund von deinem Freund. Komm in. Please. Hm? Your eyes. You're a soldier, aren't you? Nein. Ja. You wouldn't happen to know our son, would you? Zach? Are you all right? Warum hast du ihn vergessen? Du kannst ihn nicht vergessen haben. Im Original hat er ihn doch nicht vergessen. Hat er ihn vergessen gehabt? Jep, jep, jep. Das ist sie. Du warst die einzige. Ja, Layla, Price's Core war so gut. Das sind die Eltern von Zack. Interessant. Ich glaubte nicht, dass wir die im Original getroffen haben, aber was weiß ich schon. Ich hab alles vergessen. Ich glaub, wir haben auch nie die Eltern von Zack kennengelernt. Zwei unterschiedliche Ärzte. Das war nicht so nett von mir. Ja. Ja. Das ist, wo er gewachsen ist. Und jetzt, dass ich hier bin, ist es viel. Also, als ich jemanden sah, der wie ihn sah, weiß ich nicht. Ich musste etwas sagen. Weiß sie, dass er tot ist? Oder ist er nur... Ist er verschollen? Nee, eigentlich Shinra hat ihn ja... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, sie haben keinen Sinn. Sicher, sie haben. Aber, danke. Also, der Mann, möchtest du ihn noch immer? Wow. Du ging da hin, oder? Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also, in dem Universum ist er, glaub ich, tot. Wenn nicht, dann gibt's zwei Aerith. Was ja auch keinen Sinn macht. Welche Nachrichten? Nichts. Keine Nachrichten. Keine Nachrichten. Oh. 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 Cloud, der hat dein Leben gerettet. Meine Güte. Ja, genau. Oh. 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 Dass er sie nicht erinnert. Sie müsste aber doch es wissen. Sie war doch da. Ich check, warum weiß Tifa es nicht? Tifa kennt doch Zack und Cloud zusammen. Schmusen. Ich gehe schlafen. Ich gehe zu Sisney. Versteht mich. Und Sisney kennt auch Zack. Die hat ihn auch quasi gerettet. Er ist da drin. Kalt. Juffi. Ich bin so, so bored. Bored right out of my brain. Ich bin so. Ich glaube rechts unten ist immer die positive Antwort. Wir könnten looten und leveln. Aber ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Genauso Schrödinger ist Zack gerade einfach. Oh oh. Ein Küsschen. Hörst du das? Es kommt vom Reaktor. Wir müssen es ausprobieren. Ich will ein anderes Schwert. Ich will ein anderes Schwert. Aber das ist das beste Moment. Es sieht aus wie so ein... Weiß nicht. Eilerscrolls aus Oblivion rausgenommen. Dreifach mit Unlicht fusioniert. Von Azeroth höchstpersönlich aus dem Stein gezogen. Hey, hörst du das? Ja, muss ein Weapon sein. Ja, das schwert sich geil aus. Aber es passt da einfach nicht so... ...laut. Ach so, das ist ein Fisch. Der Riesenfisch. Oh, all they did was fly around. Just the sight of those weird black wisps was enough. More than enough. Now ain't that something. You could see them. Yeah, of course. Why? Do you know what they are? Ne, für Monster Hunter sieht es zu artifiziell aus. Monster Hunter wäre so ein Knochen hier. Eine Feder da. Kotzmogel. Der Monster Hunter-Schwerde sind nochmal drei Meter Länge. Let's just get in. Take a look and get out. Figure you, me, Kate and Red can do that easy. Agreed? Agreed. Aber Girl Power. Let's go. You guys hold down the fort. Ich level erst, wenn ich nicht weiterkomme. Äh, also, ich rüsste mich erst um. Aber ich sollte mich jetzt schon umrüsten. Zumindest Sachen, die ich schon gelevelt habe. Wenn ich was gelevelt habe. Gott, alles ist voll. Äh, Barretto bekommt Alexander. Wo spielen wir mit Kai Sith? Okay. Kai Sith kriegt Phoenix. Phoenix ist Pflicht. Und Claudio bekommt Titanpast. Materialismus ist zum Beispiel aufgelevelt. Was haben wir hier alles Schönes? Zerstörung sollten wir leveln. Glücksboost ist immer gut. Okay, es ist nichts aufgelevelt. Analyse ist aufgelevelt, aber das brauche ich. FP Boost, ja cool. Gibt es eigentlich mal einen stärkeren AP Boost? Ey, dass ich Glut und Frost noch nicht aufgelevelt habe, ist unfassbar. Man verdient echt wenig FP. Dauernd lese ich irgendwie aufgelevelt, aufgelevelt. Aber nix ist hier maximal aufgelevelt. Chakra, was ich nie benutze. Ich trottel, gestärkte Abwehr. Hier wiederbeleben müssen wir leveln. Heilen. Gebet, ja Gebet ist wichtig. TP Boost, das Analyse können wir wegtun. Was haben wir hier noch? Luft versiegeln. Schlaf anwendbar, Sturm anwendbar, Tobsucht. Ich habe das nie wirklich benutzt, aber irgendwann gibt es vielleicht einen Kampf, wo ich das brauche. Was haben wir hier, stehlen. Nee. ATB Schock. Nee. Okay, machen wir die. Versiegelung. Widerstand stehlen. Okay. Nichts ist voll aufgelevelt. Krass. Aber Aerith kann Regena. Nice. Ein paar gute Sachen sind schon aufgelevelt. Vor allem Chakra hier. Wie sieht das Gebet aus? Gebet? Noch lang nicht. Toxin braucht auch keiner. Gleich. Gleich habe ich Glut und Frost aufgelevelt. Präzise Abwehr wäre auch mal geil. Erhöhter Schockschaden bei präziser Abwehr. Immobilisierende Angriffe blockbar. Das wäre wichtig. Gib mir FP. Okay, weiter. Warte, kurz checken euch überhaupt die stärksten Waffen ausgewählt habe. Jupp, jupp. Oh, Eisenmegafon. Magische Attacke. Ich weiß nicht. Ich lasse es mal. Oh, du hast was. Wie Kite sogar auf dem Kuscheltier sitzt. Okay, let's go. Von der Verabgebung könnte es von Goa Magala, Jan Garuga oder Zafi Jiva mit Giftaugmentation sein. Ich glaube, du bist ein kleiner Monsanto-Fan. Der Behmoth in Monster Hunter World war so gut gemacht. Gibt es auch noch einen Behmoth? Behemoth in Monster Hunter. Behemoth ist eine geile Band und ein krasser Gegner in Final Fantasy. Schneller, Leute, schneller. Schneller, Leute, schneller. Die habe ich noch nicht. Weil ich doch nur wüsste, was im Original passiert ist. Anscheinend ändert sich jetzt das Schicksal wieder. Ich glaube, die Gegner habe ich noch nicht. Gagi, Gagi, Gagi-Gandhi. Gagi, 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 Gagi. Ich muss mehr blocken, Mann. Ich muss mehr blocken. Ich habe auch keinen Blocker. Bye. Äh, dann. Ah, stimmt. Man konnte die Kooperation. Jetzt checke ich, was du meinst. Ja, stimmt. Die habe ich sogar auch. Die Behmoth habe ich sogar auch besiegt. Aber der war knackig, ja. Ich erinnere mich. Kannst du nicht ins Wasser? Das ist ein Turm. Äh, na gut. Das ist ein Turm. Kannst du nicht los? Kannst du nicht los? Da? Ja. Äh, ha? What, 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 what? Ich komme noch von oben hin. What, what, what? Is it my bot? Is it mine? Sicher? Mist. Als ob der sich da nicht... Ach doch, er kann sich hochziehen. Mit den Muckis. Wie wird es nicht? Ich bin total, was ich kann. Ich weiß gleich. Okay, das ist ein Hand wird. Ich gehe doch nicht an den Schmerz. Ein Hand ist in die Schmerz. Wir schauen euch das an. Dann können wir uns ab, was wir jetzt doch wieder ablehn. Ich habe dich doch also wieder einmal mit einem Schmerz in der Schmerz zu können. Ich gehe jetzt mal wieder an, was ich jetzt doch noch nicht fertig! Ich kann mich nicht verlieren eingenommen, Ich habe mich immer wieder ein, was ich jetzt für mich nicht. Aber dann geht es doch nicht. Ich kann mich auch nicht wieder ab, was ich nicht. Du musst ihn vielleicht nicht gerne haben, Ich habe mich nicht nur noch einen Schmerz. Ich habe mich immer wieder und ich mich nicht raus. Ich mag es immer nicht, wenn das Spiel einem Dringlichkeit vorbeugelt, beugelt, eugelt, vorbeugt, vorgibt, aber im Endeffekt bin ich trotzdem einfach in der Open World und kann machen, was ich will. Im Hintergrund ist, oh mein Gott, schneller, 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 deswegen renne ich jetzt etwas zum Ziel, aber in Wirklichkeit kann ich machen, was ich will. Das heißt, Sisney hat die grünen Dinge auch gesehen, die Schicksalsveränderer, die Wisps. Ist auch Teil der Veränderung. Könnte ich hier schon einen Chocobo haben? Ich glaube nicht. Wohin? 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 Lassi, wohin? Oh nö. Ja, die sind nicht schwer. Ich glaube Eisra gibt es auf alle. Nein? Warum sterbe ich, weil hier Gift ist? Lassi, wo geht's zum Schreien? Was? Was ist die Eule hin? Nein. Oh, oh, oh. Wir haben Zeit, glaube ich, wir haben Zeit. Gute Nacht, Sakura. Mich interessiert nur Espa. Ku Ku Jat. Ku Ku Jat. Jato Ku Jat. Oh, diese Spannung in der Musik. Ich halte es nicht aus, ich will endlich da sein. Was ist das für ein Gegner? Es könnte echt ein Behemacht sein. Die Ku Jat ist so klein. Es schwimmt da rum. Okay, wir sind da. Oder ist es einfach nur der fette Fisch? Der Maximal. Keine Äffchen. Jetzt muss eine Bank sein. Gött mir eine Bank. Eine Bank. Eine Bank. Eine Bank. Das ist die Bank. Die Hauptzüge. Was ist das für die Leben? Das ist das für die Reaktoren. Ach, das sind die Mäuren. Ich dachte, die im Umhang sind auch Mäuren. Oh la la. Da ist die Bank. Und jetzt sind wir beim Girl Team. Wird das notwendig sein, Ma'am? Natürlich wird es. Ich werde sicher, dass es sein wird. Schnell, schnell, schnell! Die Musik sagt schnell, schnell, schnell! Schnell rausruhen! Cloud, schnell, beeil dich! Cloud, schnell, beeil dich! Schnell rausruhen! Schnell rausruhen! Das stimmt. Am Ende brauche ich gar keine Analyse hier unten. Ich kenne gar nicht was das ist. Also jetzt. Ach, die ist zuerst so eine Knospen und dann wird sie groß. Ich kenne die Analyse. HELL YEAH! Kristallschwert? Ich habe ein neues Schwert. Endlich dieses hässliche Schwert weg. Kristallschwert. Kritische Chance. Kritischer Schaden 10%. Riesische Attacke. Magische Attacke. Magische Attacke. Kritische Chance oder kritischer Schaden? Kritische Chance. Das Schwert ist um einiges kleiner. Ist eigentlich nicht gut. Das ist so viel größer, das Schwert. Oh nein. Okay, wir nehmen wieder das. Ich habe mehr TP durch das Schwert. Plus 200, aber schlechteren Angriff. Kraftmesse, Kristallschwert. Ja, aber ich brauche die... Ich will die Sachen leveln. Ich gehe... Okay, wir bleiben beim hässlichen Schwert. Ich schaue noch nicht, wohin. Ach, hier durch. Mäuren, Mäuren, Mäuren. Was bist du? Ach, die Eier. Ja, irgendwie kenne ich die Eier. Grangalan. Nix. Okay, einfach attackieren. Keine Taktik. Carmine, hallo. Das war echt's aber. Oh mein Gott. Hallo Carmine. Nice. Ist es schon, also... Das Remake ist im Vergleich... Also das Kämpfen ist im Remake nicht im Vergleich zu hier. Das ist so krass, was Cloud. The Moose einfach rausgepackt. Ich glaube Final Fantasy 16 hat da geholfen. Weil da war ja... Der eine... Der, der Devil May Cry gemacht hat, hat bei Final Fantasy 16 geholfen, die... Zu kämpfen, also das Kämpfen zu entwickeln. Ich habe das Gefühl, die haben das hier auch ein bisschen anfließen lassen. Weil so krass hat Cloud noch nie gekämpft. Okay, hier... Das ist Quatsch. There's only so much swimming, a cat can take. It's just a little water. It's on now. Fuck on me! Oh, Regano. Danke, Frosch, für das. Oh, Regano. Wie war dein Tag? Äh, ich sitz... Ich saß hier. Ihr schaut mir zu bei meinem Tag. Error. Error. Imposition power. Nee, wir haben... Wie immer ausgeschlafen, aber das ist Standard. Dann frühstücken gegangen. Dann streamen vorbereitet für Montag. YouTube-Video geschnitten. Und dann saß ich hier. Viel wichtiger ist wie bei deinem Tag. Was macht ein Demon King am Samstag? Ich glaube hier ist falsch. Loot nur Level. Ich glaube ich brauche neue Kopfhörer. Die sind zwar neu die ich habe, aber die sind doch eigentlich unbequem. Wahrscheinlich warum, die können nicht unbequem sein. Wie kann ein Stück Schaumstoff unbequem sein? Aber irgendwas... Heute kriege ich die Kopfhörer nicht aufgesetzt, ohne dass sie wehtun. Vielleicht ist es auch die Brille. Ich habe mir überlegt wieder Kontaktlinsen mal auszuprobieren. Das ist ewig her. Ich habe Kontaktlinsen ja abgeschworen. Aber vielleicht muss ich es einfach nochmal probieren. Jahre später. Ah, was hat hier? Gift Atem. Nein, die heißen Großräume. Oh nein, die sind Blocker. Dumme Blocker. Feuier. Da ist ein Shiny-Solga-Leo gefangen im Dünner-Abenteuer. Habe ich das nicht sogar auf Discord gesehen und geliked? Was sind das für fette Gegner? Wie komme ich an die ran? Das ist aber Barrett, ja. Ganz einfach. Wie kriegt das? Hast du einen Feuerschuss? Ja. Kite Sith maltrittiert seine Gegner mit einem Megafon und seinem Mogri. Was soll Mogri sein? Koopa! Geil. Okay, wenn man dann mal Feuer machen kann, dann sind sie leicht. Oh, wir brauchen wieder eine Bank... Wo muss ich hin? Das sind einfach Wraps, die wollen uns zu folgen. Wie kommen wir da hin? Soviel Rot, ich seh nix. Are you a Control Terminal? Probably in the water. Life des Waisen, das hört sich wichtig an. Wer ist der Control Terminal? Purple Burglar Alarm. Purple Burglar Alarm. Ist anscheinend ein Wort, was Schotten nicht sagen können. Purple Burglar Alarm. Wo ist Control? Jetzt kann ich weiter da draußen sein. Aber da bin ich doch lang zum Looten und Leveln. Da war ich Looten und Leveln. Da wird jeder Mensch von uns durchpassen. Aber gut. Da komm ich her. Heute war es der zweite Raid, aber da ist schon lange drin gesessen. Hä? Wo muss ich hin? Ach ne, warte, was? Vielleicht da hinten in der Ecke oder so? Das macht keinen Sinn. Kann ich tauchen? Ne, ich kann nicht tauchen. Im dritten Teil können wir dann tauchen. Ach da, da ist der zweite Raid. Oh Gott. Schild. Ich hab dich! Ich kenne Eis! Ich habe nie Angst. Strom. Identifizierung fehlgeschlagen Stromversorgung ineffizient Was hat denn Strom mit Authentifizierung zu tun? Es stand aber nur auf Deutsch da Auf Englisch hat sie nichts von Strom Also da hat sie nur gesagt, zu wenig Strom Was Sinn macht Wie kriege ich das? Achso, ich kann das verschieben Barretto, hilf mir Ich kann da draufsteigen Hoho Hoho Neues Messer Goldhalsband, das hört sich auch wichtig an Nein, 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 nein Ah, ich muss Ah Ah Hab ich nicht gesehen Warum kriege ich denn jetzt gerade Hunger? Ich hab vorhin was ekliges zu Abend gegessen Ich kann jetzt keinen Hunger haben Hallo Ullnutt Get scared Warum tust du dir das an? Dass hier überhaupt noch Sachen funktionieren? Um... Flatsch! Ich habe jetzt vorher nicht ganz mitgekriegt, warum Kite sich entschlossen hat mitzugehen. Ich glaube das ist doch so auf Schicksal so von wegen, ja ich hab Bock mitzukommen eigentlich. Vielleicht heile ich mich mal, wenn ich könnte, wenn ich kann. Hm, ich bin nicht. Was studiert es denn nicht? Oh, ich bin durch. Boah, Nahkampf von Barretto. Geile Attacke, ne geile Attacke nochmal. Oh, das war unfair. Barret war schon sehr brauchbar. Bis jetzt finde ich tiefer Barret und Cloud am besten. Aber alle haben was drauf. Eine Bank muss ich noch kriegen davor. Ich habe das Gefühl ich muss wieder gegen eine Genova Geburt kämpfen oder so. Moment, hier bin ich nicht hergekommen. Da ist die Bank. Da gehts lang. Eine Materia könnte sie wichtig sein. Zerstörung. Wollen die echt, dass wir Zerstörung im Kampf einsetzen? Zerstörung ist doch Tod. Die nie bei Bossen wirkt. Das war der Beste. Das war der Beste. Das war der Beste. Gott levelt, das levelt 0 auf Synthesestufe geht nix, geht hoch Habe ich ne Zerstörung dabei, tatsächlich habe ich Zerstörung dabei, MP hast Erhöht das Glück beim Reiten auf dem Mogri um 100%, krass Amplifikation ist tatsächlich auch, glaube ich, ziemlich gut Oh, der hat gar nix ausgerüstet Reiftes Weisen Reift der Zauberkunst Er ist reif Okay Level 32 26 Stunden Ich glaube es ist Kapitel 10, vielleicht ist es auch erst Kapitel 9 Ah, es ist erst Kapitel 9, oh mein Gott, das Spiel ist ewig Und ich spiele sogar schnell Ich laufe echt schnell durch Manchmal brauche ich bei einem Boss vielleicht drei Versuche Ich mache null optionale Sachen Und jetzt der Wal Hey, es ist noch keine Stunde vorbei, der hat gesagt, wir sind in einer Stunde da ja Ich bin extra gelaufen Ich bin so gerannt Camping gegen sie Karmesin heißt sie Oh nö, nicht die Ah ne, das sind quasi die Klingen nur mit Pilzen drauf Wie... Imkognito Ja Welcher Buchstabe Ich muss definitiv bewacken Sporenflug? Oh Sporen sollen weg Schon wieder Sporenflug Okay, schauen wir mal, was ihr könnt Feuer Wie immer Es kann sich bis zu zweimal wiederbeleben, was ihm jedoch nicht möglich ist, wenn er brennt Okay, krass Er brennt, er brennt Okay, nice, so muss man die killen Oh, mein, 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 mein Glut und Frost ist aufgestiegen, endlich, seit Spielbeginn habe ich die und jetzt erst ist sie aufgelevelt Das heißt, ich kann jetzt Fira und Frosthaar machen oder Eisra Ähm, ich gehe einfach weiter Ich brauche es gar nicht machen Solange er brennt dabei Und der noch Coole Gegner Also, nur weil ich Angst habe, dass sie sich wiederbeleben Was haben wir jetzt? Big Boy Er hat ein Gesicht als arm Ist ja wie ein Resident Evil Gegner T-Virus Oh Gott, wie geil Er sieht echt aus wie So ein Licker aus Resident Evil, nur krasser So, was bist du? Blitzra? Das ist nicht gut Blitzra ist shitty Eis Okay Immun Ich würde gerne wissen, was die Symbole bedeuten Aber Tod ist nicht dabei Heißt das, ich kann Tod auf den machen? Kann ja nicht sein Uff, okay, gleich weggehen Wollen wir mal Eisra Der hat jetzt einen Panzer angelegt Wollen wir noch mal Eisra Feurer? Feurer sollte man ausweichen können Ja, nein Barreto, kannst mich heilen oder so? Barriere Okay, mach mal Megatrank Kitesith, kannst du Feuer? Barrieren Durchbruch? Hebe Barriere, Magie und Barriere Reflect auf Der hat es Weg damit Geht es? Ja, ich habe seine Barriere aufgehoben Geil Guter Kitesith, guter Kitesith Mache Schuss Blatt da, blatt da Blatt da, blatt da Hast du dir mal angeschaut Tod heilt den doch Leicht resistent, immun Aber dann würde er da doch stehen absorbiert Dann würde er da stehen Du kannst dies unterbinden, indem du ihm eine gewisse Menge an Schaden zufügst Ich glaube, wenn Tod ihn heilen würde, würde er doch da stehen absorbiert Tod, oder? Aber ja, ich werde Tod nicht einsetzen Und ich habe keine MP mehr Aber ich habe eisige Verkettung Wollte ich irgendwie mein MP aufladen? Mein Eisrall ist glaube ich wichtig Ah, Turbo Aether, Elixier Ne, 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 ne Trocken Aether Heilt 100 MP Heilt MP vollständig Super Aether heilt 50 MP Ich glaube mehr als 50 habe ich gar nicht Ah, chill, oh mein Gott Barretto, Barretto, was machst du so? Ich kann auch mit Barret kämpfen vielleicht Weil Barret heilt uns Neee, nicht Foyga Macht sogar Foyga, ist er verrückt Okay, jetzt hat er einen Magieboost Och, Foyga macht er um sich rum Ah Ich will wieder auf Feurer Kite Mach was Keine Ahnung Mach, äh, Engel Mach, äh, ich weiß nicht was du kannst Eisige Bälle Marco Atem Das ist schlecht Hat meine Attacke kaputt gemacht Komm jetzt, oh, er ist aus meinem Eisrall rausgesprungen Ich hab ihn, ich hab ihn doch gleich Ich hab ihn, ich hab ihn doch gleich Okay, jetzt hat er wieder ein Schild Die Glitzreihe ist unmöglich auszureichen Aber er hat mich gar nicht angegriffen Kite Mach mal Barrieredurchbruch Und dann geht rauf Nein Uah Komm, jetzt ist noch ein Eisrall Mit der Nein Komm Ah, wo war mein Eisrall? Oh, nein Jetzt, Barret hat fast Limit Ich kann Schockschutz machen, das bringt mir noch nichts Maximale Loot Das Cloud lebt, ist interessant Was war Das bringt nicht so viel wie ich gerne hätte alles Oh, so ne, so ne Bestia wär jetzt nice Okay, jetzt bringen wir mal alle wieder auf Trap Gehalt ist wenig Boah, hat es wenig geheilt Wot, 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 wot Achso, weil, weil Leyla, das gibt's tatsächlich, es gibt Zombie-Gegner, die kannst du Töten, indem du sie heilst und beleben, indem du sie tötest Quasi In Final Fantasy 8, glaube ich, gibt's dann Gegner, den du mit Phoenix-Feder kannst du den umbringen Oh, die Musik Soll ich jetzt mit ihm, ne, ich mach mal Phoenix-Feder Oder mach Engel mehr Mit Phoenix-Tran geht's doch viel besser Oh, die Musik Soll Barretto-Limit machen? Erst wenn Kite seine Barriere weggemacht hat Erst wenn Kite seine Barriere weggemacht hat Erst wenn Kite seine Barriere weggemacht hat Feurer ist so ein Bullshit Kite-Z ist ganz unfähig Okay, okay, okay Wo ist mein Phoenix-Tran, okay Ja Memento Mori, das ist eine Pokémon-Attacke Was ist das denn? Man kommt ja auf einmal mit Memento Mori Ich hab gar nicht gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat Okay, wir sind auch nicht wirklich ausgerüstet Jetzt rüsten wir mal aus Also er ist Eis Alle kriegen Eis-Attacken Und alle müssen auf Oh shit, ich bin ernst Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Das ist nicht gut Hier probieren wir es noch einmal so Hier probieren wir so mit Barretto Bleiben weit weg Wenn man es lässt Barretto Schaubschuss Okay, ich darf mit Barretto nicht ausweichen, weil er so langsam ist Immer blocken oder einfach laufen Okay, laufen bei Feurer ist schlecht Blitzer auch, einfach blocken Ja Cloud macht eine Analyse Geht ihr auf mich die Attacke? Ja, ich hab ihn auch geklappt Kite Hebt seinen Scheiße auf Ja Ja Ich hab ihn auch Ja 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 Was macht der Memento Mori? 1700. Aber warum macht der denn jetzt schon? Krass. Okay, kann ich wenigstens das jetzt umscalen. Ach, Marco so gibt ihm eine random, ein random Buff. Warte mal, was macht Marco so überhaupt? Letzter Strohhalm aktiviert. Hallo Hackert. Oh, die lassen mich nicht umscalen normalerweise, also beim Remake war ein Ding noch mehr, das sagt Ausrüstung ändern. Schade, dann muss ich auf der Bank starten, aber dann habe ich wieder diese zwei Gegner. Oder fünf waren es. Was? Was geschieht? Okay, ich kann hier, hä? Ich kann, hä? Nein. Sag jetzt nicht. 26, 52, 46. Das kann nicht sein. Hä? Was ist das für eine Logik? Ich soll zum letzten Kontrollpunkt zurück und er nimmt nicht meinen letzten Speicherstand, sondern einfach das letzte Mal sein. Was? Wie schlecht war das? Oh, habe ich Schock gekriegt, ey. Vor ewig her. Habe ich Schock gekriegt. So, wir nehmen als erstes eine magische Waffe. Ja, Kraftmesser ist schon am besten. Abyss reif. So, wir müssen alles auf Magie scannen. Magische Abwehr. Wäre tatsächlich auch nicht schlecht. Habe ich irgendwas, was meine Magie höher macht? Nichts, was Magische Attacke höher macht. Okay, dann. Magische Abwehr auf 89. Dann Überlebensweste. Gib mir mehr Magie. Magische Attacke. Magie plus drei. Plus sechs. Ohrring. Diadem ist besser. Das hat Barrett. Egal. Cloud muss unser Bester sein. Wie keiner vorhin war. Wir bleiben bei Glut und Frost. Was. Genau. Was sich aufleveln wird. Beim Kampf da vorne. Können wir Eisram machen. TP Boost. Ich habe auch ein MP Boost. MP Boost. ATB Boost. Anwendbar. Präzise Abwehr brauchen wir. Analyse brauchen wir da auch einmal. TP Boost. Wir haben auch einen 3er TP Boost. Jawohl. Blut, Frost, FP Boost. Eigentlich brauche ich einen FP Boost nicht. Aber ich glaube, dann kriege ich es nicht aufgelöst bis dahin. Was macht ihr? TP Maximum. Letzter Strohhalm. Halt beim Töten von Gegnern 5% der TP. Das bringt mir nix. Reduziert den MP-Verbrauch von Heilmagie. Das bringt mir nix. Okay, das ist das Beste. Ähm. Eigentlich brauche ich kein Gewitter und Luft. Was können wir denn noch nehmen? Irgendwann ein MP Boost. Glücks Boost. Effizientes Blocken. TP Boost. Ähm. Amplifikation. Flächeneffekt verbundene Materia. Aber ich brauche keinen Flächeneffekt. Auf Eisra. Chakra. Chakra. Soll ich mir Chakra geben? Gebet. Heileffekt gering. 35%. Ich gebe mir Chakra. MP Boost. Ja. ATB Boost. ATB Boost brauche ich auch nicht. Ich brauche irgendwas noch, was meine Magie stärker macht. Mein Eis. Ist das normale Frost besser? Ne. Weil ich habe Eisra auf das normale. Ist das besser als 2 zu haben? Die sind gleich stark wahrscheinlich. FP Boost. Chakra. Feindtechnik. Präzise Abwehr. Erlittener Schaden beim Blocken leicht verringert. Das hat er zweimal. Machen wir das. Next. Barrett. Gib ihm Eis. Frost. Geschwächte Abwehr. Ne. Du kriegst auch jetzt. Haben wir schon. Haben wir schon Regener. Vielleicht macht er einmal Regener auf alle. Barriere. Ne. Wir brauchen TP Boosts. TP Boosts. Was hast du für eine. Haben wir eine Eis? Genau. Ich brauche jemanden der Shiva einsetzt. Vielleicht geben wir Cloud Shiva. Da wird mein magischer Attack auch höher dadurch. Shiva. Barrett kriegt Phoenix. Schwerkraft brauchen wir jetzt gerade nicht. Glücksboost. Effizientes Blocken. MP Maximum. Der hat jetzt 40 MP. Was nix ist. Reif der Zauberkunst. Kogodilarmreif. Ohrring. Kogodilarmreif. Die haben Last Straw mit letzter Strollen übersetzt. Ja. Es ist schlimm. Es ist schlimm was die hier gemacht haben manchmal. Barriere Zerstörung. Behandeln. Ich werde nicht wirklich beeinflusst ne. Ich muss mich behandeln. Ja. Wiederbeleben gibt uns nen Boost auf alles. Die auch. Störung. Okay. Der kleine Fraz hier noch. Der kriegt jetzt Shiva, Chocobo, Mogri. Du kriegst Alexander. Ja. Das ist eigentlich. Warte. Auf die Stats. Ich muss mich gucken. Ja. Herzgleich. Was war diese eine Attacke? Die brauche ich doch. Amplifikation kann weg. Diese eine Attacke die. Geschwächte Attacke. Geschwächte Abwehr. Was war das oder? Deprotest anwendbar. Ne. Das war doch irgendwas was beides gemacht hat. Oder war das zur Waffe. Das kann auch ne Fähigkeit von der Waffe gewesen sein. Zustandsresistent. Dekorage. 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 Widerstand. Ne. Das war es nicht. Dekorage. 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 Und auch jemanden, der heilt, durch dir Gebet geben. Glücksboost, TP-Boost wiederbeleben, längere Debuffs, TP-Maximum. Ich glaube, diese eine Fertigkeit ist jetzt weg, dass er den Schutz von ihm wegmacht. Nee. War das doch? Geschwächte Attacke, geschwächte Abwehr. De-Protest. Geschwächte Attacke, de-Courage. Ja, aber das war alles auf einmal, dachte ich. Es hieß einfach nur, entferne, wahrscheinlich war das das. Es macht nur de-Protest weg, was? Nee, de-Wall muss es sein. Aber ich glaube, ich habe es mitgemacht, es hat funktioniert vorhin. Okay, passt. Wie seht ihr jetzt aus? MP63, schon mal 20 besser, 44, 46. Waffenstufe. Okay. Probieren wir es nochmal. Jetzt muss ich aber den dummen Kampf davor nochmal machen. Glaub ich. Spare ich mir selber lieber. Ich habe kein anderes Feuer. Ja, machen wir einfach zu fallen. Time to burn. Vielleicht kann ich vor dem Kampf noch... Äther nehmen? Nein. Ups. Geschwächte Attacke. Reihe. Rennen. Solange er nicht mehr Memento Mori macht, ist alles okay. Warten. Ich krieg's nicht anders. Geblockt, außer blocken. Hat ja nicht schon wieder Blitzreihe. Ja, jetzt hat er zum Beispiel seinen Buff. Und hab ich's noch? Magie, D-Protest. Nee, das ist weg. Was war das? Ich kann trotzdem D-Protest machen, vielleicht bringt das was. Was war der Wall und D-Protest? Hebt sich das nicht auf? Ich muss aufhören ausweichen zu wollen. Und schon bin ich leer. Krass. Super, Äther. Das hat seine Magie erhöht. Barrett, du musst dich heilen. Boah. Und hab ich noch heilen? Und fair, und fair, und fair. Macht er einfach beides. Hallo, Anne. Gute Nacht. Ja, tschüss, Anne. Ah, Block! Kann ich Magie auch perfekt blocken? Ja, das ist schier unmöglich. Auch schon. Barrett, mach Energiehaken. Heid, mach. Barrett, nochmal. Hallo? Was war da los? Oh, ist nicht genug Schaden. Da war ich schon, oder? Ja. Ich könnte auch Red nehmen anstatt Kite. Aber Kite ist, glaube ich, krasse Magie. Die Musik. Ich brauche nur Phoenix. Gebt mir Phoenix und ich fühle mich wohl. Boah, so schlecht das Eis, ey. Was ist das denn? Ich habe Limit. Den sollte ich auch einsetzen. Was ist das denn? Jetzt hat es Angriff plus und Magie plus. Andee, wow. Was war das? Synchrofertigkeiten? Neh, mich immer. Ich kann keinen Vitra machen. Ach, Barrieren. Ach, Barrieren-Durchbruch. Er kann das jetzt. Ah, Kite ist tot. Nee, beruhigen, beruhigen, beruhigen. Ausweichen. Und alle heilen mit der Zeit. Boah, es ist unmöglich auszuweichen. Ich weiß noch nicht mal, dass er mich anvisiert hat. Kann ich nicht irgendwie so ein fettes für alle. Kann mal alle heilen. Elixier. Es ist nur eins. Barrieren-Elixier. Dann kann er mich heilen. Vielleicht so. Was? Mein Barrieren muss überleben. Oh mein Gott. Das Elixier. Barrieren gerettet. Oh, Cloud hat hier letzter Strohhalm. Oh Gott. Fuck. Wie? Wie? Barrieren ist tot. Barrieren ist tot. Oh Gott. Was ist denn die Phase? Wie? Und was die ganze Zeit, was ist das Lila? Ja, in der ganze Zeit bin ich Reservekommando? Aha. Ich komme kurz auf Reservekommando. Barrieren hat Limits. Und das ist gleich geschockt, Mann. Das erleben wir Kite wieder. Ich wollte gleich Kites Limit machen, dann wäre er wahrscheinlich geschockt gewesen. Boah, ist der hart, die zweite Runde. Keiner ist am Überleben. Irgendwie muss man das verhindern. Wie? I see Rebirth on thus I have been summoned. Und Pontinus. Hallo. Der Gegner war übel. Ich probiere es noch einmal, aber brauche ich Tipps. Ah, hier. Zurück zum Zeitpunkt vor dem Kampf. Der ist hart. Der ist einfach so gebufft auch die ganze Zeit. Aber jetzt checke ich, dass Barret hat die Fähigkeit. Was war denn das? Welche Materia ist das? Die erste Hälfte ist okay. Hier so ein schönes Absorb von Blitzra und so oder Reflekt von Blitzra. Das wäre schön. Ja, jetzt kann er nämlich dieses Barrieren-Durchbruch machen. Dann ist das wieder weg. Ja, okay. Nein, 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 nein. Nicht bewegen. Jetzt kann er unser Kite machen. Eisige Welle. Ein perfekter Block tut schon gut. Was ist das denn jetzt? Ich bin schon wieder weg. Merritt, gib mir älter. Ich muss irgendwie auch besser vorbereiten, dass der so viel mehr Schaden nimmt, wenn er geschockt ist. Okay, okay, okay. Oh. Look. No, you don't! Take it over! Now! I need to load the other on. And now I need to load the limits. Oh, he has a limit. Why can't I use it? I need two. What? Why can't I do it? Why can't I do it? Why can't I do it? Huh? Okay, no. Let's do it first. Why can't you make a mock box? I have a Mogri outside. How do you call a Mogri? Is it a Mogri? Is it a Mogri? No. Coupo. It's next time is over. Shit, I still do it. It was so much damage as before. Not much damage. Man, 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 man. Ohh Hey asshole! Over here! You all right? I'm good? Yeah. Well, I'm gonna tell you. Ach deswegen, wegen dem Marco bin ich die ganze Zeit jetzt vergiftet. Das war nicht mal der Gegner. Ich hab ja schon gesagt, dass die Musik fantastisch hier ist. Ich hab ja schon wieder zuhören. Teufig mal... Horsalig. Dann hat das zufört. Ich kenne Eis auf! Ich hab ja schon gesagt, das ist alles! So, dann ist das so, da ist es. Ich hab keinen Hitler mehr. Lässt sich aber auch nicht mehr schocken ey, also Schock-Dingson, der bufft sich jetzt so krass, das ist an Rage, aber Isra tut ihm schon noch Sacken weh. Schnell einfach alles machen. Schock ihn, Schock ihn, Schock ihn! Nein! Oh ja! Oh ich hab ihn. Oh schon. Jetzt hab ich ihn. Ich hab ihn schon, gib ihm noch einen maximalen Hut. Damn! Ja easy, man muss doch nur so lange spielen, bis man ein Limit hat. Na, ist nicht schwer. Aber cooler Gegner. So ein Gegner, wo man sich denkt, wie soll man den schaffen? Der hatte vier Buffs, hatte der auf einmal. Ich hab ihn mit Limit gebrakt. Mein Limit Breaker. Mein Atomisierer. Ohne den hätte ich wahrscheinlich, also vielleicht nicht verloren, aber ist länger gedeutet. wie das war. Scarletto. So, wenn du mich entschuldigen würdest. So, wenn du mich entschuldigen würdest. Zeit zu sterben. Ist das das Ende der, ist das, ist das der Unterschied? Ist das der neue Werdegang? Was? Ist das die Änderung, die Änderung des Schicksals? Ich kann nicht reden. Dass Barret stirbt, nicht Aerith? Ist ja so geil. Ich würde es feiern. Barret einfach stirbt. Nee, aber tu doch schon nicht. Tifa rennt jetzt dazwischen und kickt den Strahl einfach zur Seite. Los. Seilpistole. Wir haben Seilpistolen. Sisney tut es, als ob das jetzt eine tolle Erfindung sei. Aber sollen die nicht das Dorf beschützen? Wir widersprechen sich unserem Befehl. Unserer Abmachung. Beschützt das Dorf. Und jetzt ein Geräusch. Wir müssen los. Wir müssen sofort hinlaufen. Ja, Pilze, Pilze, Pilze. Da komm ich nicht hoch. Pilz. Boing. Nice. Flieg, Chocobo, flieg. Ne, jetzt machen wir nicht hier. Wir suchen uns jetzt keinen. War das nicht da? War das nicht hier? Ah, da war doch. Ja, genau. Mal kurz Schatzsuche machen. Also wirklich. Direkt zum Boss. Der Chocobo kickt den Strahl weg. Den roten. Einfach durch. Ach, verdammt. Ey, nicht, dass ich die... Ich muss die jetzt wahrscheinlich gleich umskillen. Oh, er kriegt die Mache. Ich mag, ich mag... Ich mag Aerith nicht. Das ist so anstrengend, wenn du die ganze Zeit so Hack and Slayst und dann kommt sie so... Oh wohlf... Odinem die Heta eat ja Alex. Oh, dann schon mal. Ja, alles gut. Wieso mag da herunterles? Was geschieht? Ich glaube, ich habe gewonnen. Now we climb. Ach, das ist was anderes, das ist jetzt ein Enterhaken. Hochwertige Ungehaut. Schlappi schlappi. Warum wollen wir, dass ich einen Banditenanriff kaufe? Okay. Ach, sag nicht, ich muss jetzt, wahrscheinlich kann ich mich über die ganzen Probleme Enterhaken. Und die Eis dabei? Bestimmt nicht. Nope. Können die eigentlich einen in den Frosch verwandeln? Waren Frösche nicht die, die einen in Frösche verwandeln? Soll ich jetzt wieder in diesen? Nee. Kann ja nicht sein, dass die Truhe hier jetzt noch ist. Aerith braucht leider ein wenig Setup, damit sie anfangen kann Schaden zu machen, finde ich. Und bis dahin greift sie halt nur sehr langsam an. Ich kann mich erinnern, dass im Remake habe ich Aerith benutzen müssen, um das Spiel auf schwer durchzuspielen. Weil sie echt krasse MP hat, krasse Magie machen kann und Heilerinnen und alles mögliche. Die ist bestimmt super geil, aber es macht einfach im Moment keinen Spaß mit ihr zu kämpfen. Hallo? Was war doch da gerade? Guck mal! Yuffie ist schon richtig krass. Tifa ist halt die Shock Queen. Ich hab meine 90 schon gebraucht, bis ich raus hatte, wie man mit ihr richtig Damage macht. Ich guck mir das erst alles an, wenn ich das Spiel durch habe. 100%. Und dann kann man sich das alles anschauen. Ich meine, solange ich durchs Spiel durchkomme, guck ich mir jetzt nicht groß an, was ich ändern muss. Wahrscheinlich werde ich gleich wieder umskillen müssen, weil irgendein Boss kommt für die Mädels. Wollen wir das da unten? Wir bauen. Krass! Ohne dass er sich für vielständig hat. Krass! 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 Okay, okay, okay. Oh Gott, eine Bank bitte. Ernsthaft? Frisch gehen. Nein, es geht so schnell. Tiefer ist so krass. Nichts. So, das ist jetzt hier das Problem. Die Ingenieurin ist da. Aha, ich sehe, es ist das typische, der Generator steht zu weit weg Problem. Die Rätsel hier sind aber auch keine Rätsel, sondern einfach geh nach da. Bitte geh nach unten. Nein. Kannste nicht einfach runterspringen. Cloud könnte runterspringen. Ah komm, drückt halt. Cloud kann alles. Cloud kann sogar in die Paralleluniversen sehen oder so. Keine Ahnung, vielleicht wirkt so. Sein PTSD ist so strong, dass er in die andere Universen sehen kann. Ich brauche hier Feuer von Yuki. Okay, ich habe kein Feuer. Flammen Yuki zu. Flammen Yuki zu. Flammen Yuki zu. Ich kann hier sein Ding doch irgendwie funktionieren. I'll show you what I can do. Fire. Warrantiva's hold? Oh, shoot. So viel Feuer. Youthy AD-Margillen. Wir haben keine Chance gegen das Flamgepsel. Ich mach jetzt bei dir ein Limit, weil ich hab glaube ich noch nie ein Limit gesehen bei YouTube. Ja, Cloud kannst du als alles spielen, das hab ich auch schon bemerkt. Ich benutze sogar Cloud eigentlich als meinen Magier. Ich weiß nicht, ich spiele halt einfach gern Cloud und deswegen mach ich mit dem alles. Tifa ist zum Schocken, Barret ist zum Pferdkampf, wenn man am Gegner nicht rankommt. Cloud ist für mich der Magier, der auch starken Schaden macht. Wo ist es? Ist das kein Roboter? Jetzt hab ich keine Analyse dabei. Oh nee. Na egal. Eresh drängt sich sehr an, wie man hört. Und jetzt? Guck mal? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Oh je. Was sind die anderen Sachen hier? Dann eine Verkettung? Ach so, die sind bestimmt Elektroanfällig. Oh ja. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Warte, ich komme. Barry stürzt sich dann dazwischen. Ups, ist auch das Schicksal nicht geändert. Okay, nein, ich will auf die Bank. Haha, kurz schlafen, während die Gegner wartet. Ich will mir eigentlich Analyse geben. Hier, ne? Wie mache ich das jetzt? Jetzt muss ich... Nein, 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 nein. Oh, ich bin mir betwebt. Ich will eine Beschwörung machen. Über drei. Gute Nacht. Ich glaube, ich werde umskillen müssen. Je nachdem, irgendwas Fettes muss ja jetzt gleich kommen. Ich renne hier durch. Das erinnert mich jetzt an das Remake, wo wir auch diesem fetten Helikopter so weglaufen. Das hat ja auch ein tragisches Ende. Jetzt. Hier ist es doch. Barrett! Noch nicht? Haben jetzt noch die Spornmenschen? Die Spornmutanten? Doch, da ist es. Das war der Strahl, den sie schießen wollte. Der hat einfach nur Barrett verpasst. Das sah aus wie so ein Todesbeam vom Todesstern, der durch Barretts Kopf geht. Da habe ich jetzt mehr erwartet. So ein kleiner roter Punkt, der vor seine Füße geht. So ein kleiner roter Punkt, der vorsteht, der vorsteht, der vorsteht, der vorsteht, der vorsteht. Wie, hey! Why not take us on? Bukko easy on you. Promise. My sweet child. Locking a person's physical appearance is tacky and beneath me. Instead, I'll simply carve you all into pieces, bit by bit. We Tweak. Don't say nothing. Till you beg for death. Yoaaaaaah. Geht wau cloudống des Decker ist realyיבzy, glaube ich. Ja, Elektro. Dass ich noch kein anderes Jutsu habe, ist aber komisch. Soll ich auf die... Warte mal, ich glaube ich soll auf die... ...Entriebe gehen. Ich habe Feuermagie. Rechter Säbel, linker Säbel. Ich hab nix. Ich hab nix. Kriegt das was den Säbel? Ich brauch Analyse, ey. Kannst beim Flammjutsu zur Seite switchen, dann hast du die anderen da auch. Achso, stimmt. Oh mein Gott, das habe ich sogar mal vor... ...fünf Kapiteln oder sowas rausgefunden, stimmt. Oh mein Gott. Komm. Ja, ich muss mich umskillen. Ich hab nix, ey. Okay. Was machen wir? Wir... ...nehmen erstmal Analyse. Mal schauen, wo ich starte. Der Kampf war krass. Der scheint nicht so schlimm zu sein, wie der davor. Okay. Erstmal. Wir brauchen natürlich Phoenix. Dann... ...brauen nehmen wir... Der... Ich mein, Ramu ist Elektro. Ich seh so meine Stats nicht. Das ist eigentlich nicht so geil, das so zu machen. Okay. Aber wir brauchen Elektro, was Cloud gar nicht mehr hat. Okay. Gut. Ich muss einzeln reingehen. Kaiserhände. Fast. Ab was gehen wir? Bei tiefer gehe ich auf physisch. Zangas Leere. Was ist das denn? Wirkungsdauer von Entfesselung. Wirkungsdauer von Entfesselung. Und dann gehen wir auf... Ich bin mir sehr sicher, dass sie Elektro ist. Gewitter. Zwei Sterne. Haben wir nicht noch drei Sterne? Zwei Sterne reicht. Zwei Sterne Gewitter. Hier. Und... Sie ist nicht unser Heiler. Aber sie kriegt... Chakra. Dann kriegt sie natürlich... TP-Boost. Und TP-Boost. Und... Ein Glücksboost, ATB-Schock, effizientes Blocken, ne präzise Abwehr meine ich, effizientes Blocken, ich hau einfach mit ihr drauf, Yuffie oder sie soll draufhauen, ich werde sie wahrscheinlich gar nicht steuern, Yuffie, aber zuerst Yuffie, warum hat Yuffie so wenige, oh Gott, Doppelviper, magische Attacken, ich nehme den ersten Aber jetzt fast 100 Stunden sehe ich zum ersten Mal, dass man die Charaktere auch so verwalten kann mit der ganzen Übersicht, ja, aber du siehst ja nicht, was die Materia an den Stats macht, weil ich da auch gar nicht drauf wachte gerade, das habe ich nur gesehen, weil ich es auch in einem anderen Stream gesehen habe, dass man da, obwohl es steht fett da, es steht da einfach, boom, aber ihr seht es gar nicht gescheit, sorry, aber sie kriegt Versiegelung, nein, sie kriegt erst recht Gewitter und dann brauchen wir noch, nach Wiederbelebung mache ich eh nicht, mache ich immer Phoenix, Feder, Peilen, nee, Aerith wird das alles machen, Schwerkraft, Barriere, ich meine, wir können sie die ganzen Barriere Sachen machen lassen, mache ich beides, Courage, Barriere, Barriere, Schlechte Abwehr, brauchen wir nicht, aber sie braucht erstmal auch TP-Boost, wenn ich mit ihr spielen werde, brauche ich bei ihr effizientes Blocken, Widerstand, noch etwas mehr, Kräuter, ne, und jetzt du mich könnt, dasô nimmst für viel günstiger Tag, aber immerklü疏 dice Abwehr, was brauche ich bei ihr, Stehlen, effizientes Blocken, dass man das Locken kann jetzt noch nicht besch disrupted werden, Crystalin-Frag epidemic, Glücksboost, Gewitter, Barriere, sag ich nenne dazu, sonst Karriere, ne. Jetzt setze ich hier, TP und auf die Fertigkeit erhöht die Blitz-Elementare-Attacke um 10%. Let's go. Perfekt. So, was war jetzt tiefer? Müssen wir hier jetzt noch was reintun. Analyse. Und jetzt Aerith. Oh, Aerith. Was machen wir mit dir? Zauberstab. War nicht Kaiserin-Waffe die beste Waffe von ihr? Marine Make? Zauberstab. Metallarmreif. Irgendwas, was Magie erhüllt. Physische Abwehr, magische Abwehr. Wir haben nichts, was magische Attacke erhüllt. Schutzweste. Magische Attacke, hier. Galadier-Ramu. TP-Maximum. Kritische Treffer, kritischer Schaden, Sturm. Verlange das Erscheinungsdauer. Wind-Elementar? Ach, nee. Hier, Magie-Kritischer Schaden. 10%. Du kriegst jetzt Heilen. Meinetwegen auch Wiederbeleben. Und wir haben noch ein Gewitter? Nein. Hier, du kriegst kein Gewitter. Ja doch, du kannst auch ein Gewitter haben. Und hier vor allem wieder TP-Boost. Und MP-Boost. Und wir könnten noch dieses, wo ist das? Meister der Gegenstände. Wenn der Einsatz ohne den Verbrauch von natürlich Leuchtegegenstände. Nee, ich meine, das, das Heilen, also das erhöht, das Benutzen, Gegenstandseffekte im Kampf plus 30%. Das ist es doch, oder? Also wenn ich eine Potion einsetze, ist die 30% stärker. Gegenstandseffekte im Kampf. Boom. Und... Soll ich hier Autoheilen geben? Nee, dann ist das immer blöd. Gebet aber. Gebet. Gebet muss eigentlich so krass gelevelt werden. Na gut. Ich glaube, das ist besser. Waffenmodifikation? Warte mal. Soll ich noch gar nicht... Nee, hier kann ich gar nichts einstellen. Das ist nur, um zu sehen, was man alles hat. Einstellen machen muss man das dann im Automaten. Glaube ich. Aber hier steht nichts. Ich kann hier nichts machen. Konfigurieren. Ja, nee. Nee, 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 nee. Okay. Was ist das eigentlich hier? Kampfeinstellungen. Ja, das ist... Kann ich irgendwie einstellen, was die machen sollen? Dass sie eher... Nee, ne? Dass sie eher verteidigen, angreifen, heilen. Nee, das sind alles nur kurz... Kurzbefehle. Okay. Speichern. Auch speichern. Hat ein Hotkey. Ich gehe immer den langen Weg. Wie? Das hat mir Leben genommen, das sind wir. Okay. Schauen wir mal. Also, das heißt, ich kann... Gewitter in den Jutsu machen. Schlecht, schlecht, schlecht. Soll ich denn die Säbel wegmachen? Ich muss... Ich muss mit Tiefer mal Analyse machen. Gut, dass ich so gut rankomme an den Gegner. Gott. Wirksam. Schattzustand, wirksam. Nachdem beide Arme zerstört wurden, kannst du direkt auf Skala zielen. Setzt sie außer Gefecht, damit Exo-Meka schockanfällig wird. Okay, also ich sollte das machen. Ich habe schon 500... Nee, weniger. Nee, mehr. Egal. Was machen wir denn jetzt für... Machen wir einfach einen Blitz? Ein Blitzrader? Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ist da Blitzrader daneben gegangen? Oder genau in dem Moment, wo er sich bewegt hat? Was kann ich denn noch mit ihr machen? Barriere. Definitiv Barriere. Aerith, es geht. Wir hören es mit ein bisschen Vitra auf Yuffie. Nein, 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 come on. Alter. Ich muss mehr blocken. Wann an der Verkettung. Lass mich noch einmal probieren. Und dann will ich sowieso den Tipp. Wie kann ich... Ja, doch, ich kann immer donnernde Verkette machen. Tiefer... Blitz... Tiefer machen wir mal Blitz. Werf deinen Shuriken, Mann! Ja, aber die Barriere hilft sehr. Uff. 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 Was, wie der... Er hat Tiefer irgendwie Aggro? Also... Ist Tiefer irgendwie ein Tank, weil er mich kaum angreift. Ich nehme es gleich weg. Oh, Mann. Fack. Regena hätte ich auch mal machen sollen. Na ja, passt schon. Die Arme ist gleich welcome jetzt. Ist sie aber auch Elektro? Sie ist auch Elektro. Blitz-Wahr kann ich nicht machen. Und dann der Verkette. Und dann der Verkette. Wie sehe ich Sieger dann? Okay. Anscheinend. Tiefer, mach mal was geiles. Kommst du da hoch zu ihr? Wahrscheinlich nicht. Aber übermacht. Die Schwerter wieder? Die sehen kaputt aus. Die können nicht wiederkommen. Das ist der Klonentritt. Oh. Luffy. Limit. Oh. 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 Hälfte. Zweite Phase. Ich muss Phoenix rufen. Das ist immer die sichere Wahl. Okay. Magieangriff. Blöd, 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 blöd. Oh. Geblockt. So gut. Okay. Dummer Gegner. Phoenix. Ja. Ist das zu früh? Aber er ist resistent gegen Feuer. Ramo wird halt wenigstens Elektro-Schaden machen. Aber Phoenix heilt mich halt komplett. Die wird mich jetzt so krass fertig machen. Oh, lieber Phoenix. We're counting on you. Eine Absicherung. Rechte Marco-Kanonen. Jetzt müssen wir den Kanonen wegmachen. Entschuldigung, aber ich habe einen Ball. Hey, gemein. Wenn man da steht und sich nicht bewegen kann. Okay, Aerithus. Kannst du überhaupt gerade Großartiges machen? Nicht viel, ne? Du könntest... Hör mal nicht. Hör mal nicht. Wir könnten... Wir könnten... Was könnten wir denn, äh... Hau mal einen Blitz raus. Hör mal raus. Ich habe gerne Barriere langsam. Wieder. Ohohohohohoho. Deswegen ist Phoenix da. Barriere, aber ich kann nicht... Ich muss... Super-Ater einsetzen. Okay, der Phoenix war eine gute Idee. Oh mein Gott. Ich komme! Hier ich komme! Das ist nicht aufgefallen. Sakrure Fertigkeiten. Göttliche Strafe. Rufi... Sch réu... Wer hat Phoenix? Er muss drauf gehen, dass Phoenix einwürzt. Uuuhh, gemein. Ich brauche jetzt keinen Vitra machen, man. Ich spare es mir lieber. Erst bei Fertigkeit, nee. Ich spare. Okay, jetzt sollte Phoenix uns komplett heilen und deswegen habe ich es gerufen. Äh, oder auch nicht? What? Ist das Glück? Wie? Passiert das nicht immer? Ich hatte das aber schon, dass Phoenix Endattacke mein komplettes Team wiederbelebt hat. Also wirklich. Oder passiert das nur, wenn ich in dem Moment eine volle ATB-Leiste habe. Das komplette Team tot. Ja, halt außer die Person, die... Außer halt eine Person natürlich. Die Phoenix dann ruft. Also halt... Wenn das komplette Team weg ist, dann kommt Phoenix ja nicht raus. Ich weiß nie. Uh, das war, das war guter Schaden. Aber ich habe keine Chance. Aber wenigstens sehen wir die dritte Phase. Aber vor allem die... Die... Zwei-ATB-Attacke von Phoenix, die heilt ja auch nur einen Charakter. Was soll ich denn jetzt tun? Mit Tifa? Oh, er kommt. Wollen wir richtig magieren? Jetzt hat er so... Drehdinger. Okay, das ist aber ein Kampf für Tifa wenigstens. Steht da jetzt irgendeine Snack? Panzer bricht eine Granate. Man kann auch so krass mit Items abgehen, eigentlich. Nein, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Uff, okay. Aber jetzt ist wieder kampfunfähig. Ist das doch Quatsch. Sadie kommt, er macht Supernova und weg. Was? 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 Nice. Nice. Haha. Oh, gemein! Oh, gemein! Oh, gemein! Oh, gemein! Oh, gemein! Hey, gemein! Oh! Könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr mitmachen? Nein! Hier ist kein Gegner. Hier ist kein Gegner. Okay, tiefer, tiefer, tiefer. Nein, ihr überlebt schön jetzt. Wir müssen hier jetzt Rambazamba machen. Tiefer ist kampfunfähig, ey. Steuere ich die mal ne Sekunde nicht? Sieh weg! Ach, ich kann kein Vitra einsetzen! Megatrank! Übertrank! Soll ich Übertrank machen? Halt alle TP! Von allen? Nee! Nee, nee, nee. Geiler Block, Yuffie. Geiler Block. Ich hab die gleich. Die Phase ist nicht so schwer. Ich kann der voll gut ausreichen. Mit tiefer. Ich muss nur Absicherung. Die anderen. Sie streng dich an. Kommt auf mich zu. Oh. Es fühlt sich so cheaty an, die ganzen Entränke zu benutzen. Oh oh. Dann wieder die Arme. Wannst du noch was? Blitzra. Barriere. Oh. Barriere auf Tiefe. Geht weit weg. Geht weit weg. Synchro Fertigkeiten. Irgendwas kann mich vielleicht heilen. Aber nicht gut. Eris hat. Oh, die haben drei Balken jetzt. Yuffie. Limit. Eris. Eris. Eris kann grad nix ey. Engel heilt so wenig. Gebet ist ja auch zwei Dinge. Neunmal Gegenstand. Megatrank. Ne, komm, wir geben Übertrank. Übertrank auf Tiefe. Und tiefer Lauf weg. Reduziert? Was? Reduziert? Elektro wirksam? Nichts? Oh mein Gott. Im Schockzustand. Es hat sich geendet. Ah, okay. Dann müssen wir jetzt einfach. Drauffahren. Ah, nö. Das ist so nerven. Aber nur laufen. Aber nur laufen. Eureth. Eureth, mach was cooles. Gegenstand. Megatrank. Auf dich. Sophie. Wer ist mit. Barriere, auf. Habe ich es noch? Ich hab es gar nicht. Warum nicht? Was ist ihr damit zu tun? Ich hab's gleich, ich hab's gleich, wir gehen da ganz langsam. Ich kann's gleich sagen, Continuous, ich kann's gleich sagen, ich mach nur kurz den Gegner fertig. Es hat gleich ein Limit. Weg! Fuck! Er ist hier im Sterben schon wieder. So macht gar keinen. Okay, okay. Das wird immer ich sein. Okay, ich bin fertig. Ach, warum mach ich Elektro, ich Trottel, aber ich weiß nämlich grad nicht welche Attacken ich machen soll, die sind alle nicht so geil. So ein Grifffertigkeits, die Klonen tut. Warum kann Aerith sein Limit? Perfektes Blocken ey. Erith, wo ist der Limit von Aerith? Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss jetzt irgendwas, muss ich mal machen hier. Segen des Planeten oder heilen der Wind? Das ist so schade. Oha! Wann der eine Arm jetzt mal kaputt gehen? wie wir einfach gerade unantastbar sind wegen dem Limit von FIFA ich hab sie gleich, die letzte Phase ist ja voll lame eigentlich eine sehr physische Phase ich komm nicht an sie ran ok, jetzt nehmen wir wieder Schaden will ich mir den Limit aufbewahren? Nee, der ist weg ist der Arm weg jetzt ist sie weg man muss nur langsam machen hallo Basti oh da ist der Fisch stirbt sie nein, ich dachte sie wird aufgefressen ich lieb's wenn Bosskämpfe nichts bringen so, ich hab sie besiegt, aber es ist so als ob ich sie nicht besiegt hätte ja, war der Gegner die letzte Phase war ein bisschen so heiltrank, 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 ich muss halt alle wiederbeleben aber sobald sie alle wieder ok waren, war es eigentlich nicht schwer die zweite Phase war halt hab ich es nur geschafft, weil ich da ein Limit glaub ich hatte ne, Phoenix, egal wie, als ob sie nicht, äh, keinen Schaden genommen hätte was hast du für Tipps, Pontinus ich hab das Gefühl allgemein die Spielindustrie ist von Quicktime Events weggegangen übersättigt ich sag jetzt nicht, jetzt steuer ich wieder klaut oh mein Gott die Synchrospells oh, was ist das? ich weiß davon gar keinen Synchrospells ey, ich bin nicht, geh ok, 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 wir dürfen zugucken ja kurz den Kugeln aufs Weichen ich mochte eigentlich Quicktime Events immer er ist in Rage Claudi Roth Claudi Roth mein Blut mein Blut tiefer Stimme freit jeden es ist und tief es ist sie sie Ich meine, wir haben sie nicht gesehen. Wir haben sie nicht gesehen. Ich seh' sie nicht. Wie sie es uns nicht zeigt. Das Schwert war an ihr dran. Auf einmal ist sie fünf Meter weg. Das Schwert hat so eine Druckwelle. Das ist nicht so gesund. Das ist jetzt nicht so gesund, da drin zu sein. Aber schwimmen wir immer noch besser, als einfach sinken. Nicht tiefer. La di da di da, la di da, la di da. Ein schönes Schönheitsbad. La di da. Basti hat schon mal jemand Cab Off gemacht? Klar, täglich. Ich musste nur richtig fest zuschauen und richtig viele Punkte sammeln. Boah, ist das jetzt von Pinocchio? Geil. Das war aber nicht im Original. Könnt ihr mir nicht erzählen. Ich habe sie ja nicht gesehen. Tifa! Kapitel 10 Tifa im Wal. Tatsächlich. Tifa? Pumpkin! Mom? Dad? Tifa! Hier! Tief! 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 Ja! turn zusammen! Tim! hapea. Cheng! Tiefer wird jetzt nicht stärker sein, weil sie sieht jetzt fünf Dimensionen, die steigt jetzt einfach drei Ebenen auf. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Ich bin der Wahl. 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 Wasser. 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 Die Pelheim. Ich bin der Wahl. Ich bin der Wahl. Ich bin der Wahl. Ich spiele auch FF7. Ja, du auch. Ist es schon durch? Ich bin der Wahl. Ich bleib' ihn machen. Wie immer. Die Sequenz gab's. Ich bin der Wahl. Ich bin der Wahl. Ich bin der Wahl. Was ist das? Ich bin der Wahl. Es wartet viel genervt auf mich. Schlimmer als im Remake. Viel mehr. Okay. Ach, mir macht das nix. Ich bin der Wahl. Ich bin der Wahl. Spiel auf Profi. Bisher habe ich alle, die ich gemacht habe, fast First Try auf Profi geschafft, aber ich habe noch nicht viele gemacht. Ich bin der Wahl. Warum gibt's weiße und schwarze Mäure? Interessant. Da ist er. Da ist er. Unser Freund. Geil. Alles, was ich sage, ist lautes Denken. Geil. Oder nicht. Gut. Mabai. F-R-A-R-A-N Du musst jetzt aufstehen, Tifa. Du kannst hier nicht sterben. Zu viele sind noch auf dich. Tifa! Komm zurück, Tifa. Wir haben eine Kampf um zu Ende. Klaud ist nicht dabei. Okay, da ist er. Klaud! Ja, geh, Klaud. Geh zur Seite des Bösten. Deine Worte können ihn jetzt nicht erreichen. Ja. Nein! Geh ihn nicht! Geh ihn! Ja! 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 Ja, es steht der Wahl. Äh... Platin ist verbuggt. Das ist mir egal. Ich mach Platin ein paar Jahren erst oder so. Ich löse es. Ich löse es. Kann ich speichern? Kann ich ernsthaft nicht speichern? Ich kann die Playstation anlassen. Automodus. Zahnspange bräuchte. Kann ich echt nicht speichern grad? Ja, aber ich muss jetzt aufhören. Ich muss rosa abholen. Aber ich stelle uns mal hier in die Reihe. Okay. Okay. Tifa! Tifa! Good luck down there. Hey, Tifa, stay with us. Good luck down there. 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 Vielen Dank.